Oh, wir haben den Countdown vergessen. Ja, okay, dann legen wir mal direkt los. Wir müssen Steam noch starten. Ich kann euch ein bisschen Startmelodie geben. Ich kann euch ein bisschen Startmelodie geben. So, und in der Zeit, wo ich warte, dass Project Zombieland startet, bin ich einfach mal kurz ein bisschen, wie sagt man, Content Deep Star oder Comment, Commentary. Mal gucken, wie gut Bert Elden Ring spielt. Im Moment versteckt er sich von so einem NPC aus der Start-Area. Dicke. Kleiner Wichser. Ach, bad. Ach, bad. Hey, dieses Anvisieren geht mir so auf den Sack, ne? Das ist ein Geist. Okay. Danke für den Clip. Guten Abend. Wie geht's? Wie steht's? Sind wir auf das Game? Ja. Ganz gut. Ganz gut. Nee, tatsächlich nicht so gut. Bin ein bisschen lost. Bin ein bisschen lost. Kannst du Hilfe? Nee. 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 Was zum Ja kommt doch her Ja kommt doch alle her Ihr blöden Ficker hier Ich bin mir nicht sicher Das ist das wert gegen zwei Hunde Nein ist es auch nicht Naja Man kann nichts machen dagegen Könnt ihr irgendwas hören? Ja ne Ja hören sollte ich ja was Aber da ist mein Spiel auch Okay Okay Fortsetzen Hilf dir im Tige du kannst ja Schweizerdeutsch Nein jetzt hab ich das falsche angeklickt Jetzt muss ich wieder alles dahin locken Der arme Bär Der arme Bär Der arme Bär Der arme Bär Wenn dieser Hund nicht wär, oder dieser Bär, oder was zum Fick, das auch immer ist, wer schreibt denn bitte literally? Arschlöcher. Ich finde gut, dass Chibi im Monat sich hier so ein bisschen gefunden haben. Macht mich so ein bisschen geil. Oh, der Zauber, das haben wir so unglaublich schlecht in Elm, weil er beschlossen hat, sein Gamepack gegen eine Bananen austauschen. Ja, du hast richtig gehört, er steuert seinen Charakter jetzt mit einer Bananen, das wird so eine eigene, eine interessante Game. Hoffentlich hatte er das ultimative Geheimnis der Spielentwicklung und der Bananen sind der Schlüssel zum Misserfolgen. Alter, was ist dein scheiß Problem? Hast du, bist du behindert? Was ist das schon wieder? Ah, das sind die Ripper. Ah. Oh, was ist das? Das sieht schön aus. Hey, der Baum! Der Baum ist hier! Der wunderschöne Baum! Aber zuerst gucken wir uns an, was das da oben ist. Das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Du bist kein Baum, genau. Guten Tag! Was bist du? Aber ja, alle, Lore, Lore kannst du immer schreiben, wenn du Bock hast. Lore kannst du immer schreiben. Lore stört mich nicht. Oh, hallo, Nena. Ich kann heute Versagen sehen, kann aber nicht. Wieso hast du in dein Spiegelbild geschaut, gemerkt, wie scheiße dein Leben ist, oder was? Oh, nein. Was ist los? Mit dem Sound? Begriffe, Mann. Bin dumm. Entweder unterhalb des Chats kannst du auf das Schwert klicken. Dann kommst du, kommst du in die Mod-Ansicht. Und sonst heißt es irgendwie Add, 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 Block, Term, glaub ich. Mit Schrägstrich und dann den Begriff. Aber ich weiß auch nicht mehr so genau. Was ist der? Das ist ein Schwert-Modus. Und sie haben einen Sub, Neno. Du bist ein Sub mit einem Stern. Falls dir nicht aufgefallen ist. Das da ist Bert in dem kleinen Kasten. Ich dissi ein bisschen. Weil er kann Elden Ring nicht. Aber Chibi timeoutet mich immer. Hallo, Juppie. Ich gucke mir gerade noch ein bisschen Bert beim Versagen an, aber da ich jetzt ja zwei Viewer habe, muss ich das leider beenden. Ich lasse dir jetzt so ein bisschen kämpfen. Bis später, ihr Idioten. Also, habe ich jetzt bei Bert in den Chat geschrieben. Das ist doch eine gute Idee. Hier wird man gemobbt. Furchtbar. Lass das. Geh da weg. Nein. Guck, ich kriege Runen. Ich kriege Runen. Wenn die sterben, kriege ich die Runen. So. Oh ja, das war ein witziger Text. Kann ich den kopieren? So, Leute. Wir sind jetzt fertig mit Bert. Tschüss, Bert. Hier, das. Juppie, kannst du das mal pinnen? Ach, so, warte. Ich muss erst ein anderes Fenster aufmachen. Ich muss erst ein anderes Chatfenster aufmachen. Ich streame gerade Project Zombie. Das ist richtig. Wie ist denn mein Streamtitel überhaupt? Habe ich mir wieder so einen super kreativen für das Zombiespiel ausgedacht? Zombies, ja. Okay, lassen wir so. Lassen wir heute mal so. Hier, ich poste mal was. Falls kannst du das Ah, ich kann das selber anheften. Okay. Naja, alles gut. Diese Nachricht, die wurde gerade bei Bert im Chat gepostet und die fand ich gut. Daher haben wir die mal angepinnt. So, ich hoffe, mit dem Sound ist jetzt alles okay. Ich glaube, mit dem Bild ist auch alles okay. Ja, das Bild läuft. Der Sound läuft. Mein Handy ist am Ladegerät angeschlossen. Ich habe mir eine Cola gestern gekauft, die ich jetzt trinken werde. Und mal wieder Getränkewerbung. Original Amerika Imported Dr. Pepper ist das beste Softgetränk der Welt. Literally. Man kann nicht sagen, wonach es schmeckt, aber es ist das beste Getränk der Welt. Es ist echt krass. Aber nur die Originale aus Amerika mit Zucker und äh und was? Glucose-Fruktose-Sirup. Nicht das nicht das deutsche nicht das nachgemachte. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Gestern Abend war so ein verrückter Abend. Ich bin in dieses Haus gerannt. Ich weiß aber nicht mehr genau, warum. Irgendwas wollte ich machen. Ich glaube, ich wollte schlafen und ich konnte nicht schlafen. Weil sie nicht müde war. Aber auf jeden Fall nochmal gute Besserung, Neno. Ich hoffe, es geht dir bald viel, viel besser. Nähen, Nadel und Faden. Guck mal, Juppie. Ich kann jetzt tatsächlich meine Wunden nähen. Geil. Ich hatte also, mein Skill war nicht hoch genug. Ich habe jetzt nämlich Humanmedizin 4. Jetzt kann ich meine eigenen Wunden nähen. Jetzt steht da einfach genäht und jetzt Guck. Aha. Aha. Guck mal, ich kann die Wunde nähen und danach noch eine Bandage anlegen. Ja, perfekt. So. Was haben wir denn hier? Also, draußen steht irgendein gutes Auto, das weiß ich. Ah, frische, frische Wacadou. Guck mal. Frische Wacadou. Frische Wacadou. Äh, wir beilern uns mal ein paar Karotten rein. Und ein paar Radieschen. Erdbeeren, Essen, alles. Da geht es uns gleich viel besser. Witzig. Ich habe Nadel und Faden dabei und damit habe ich gerade meine Wunde genäht. Eiskalt. Fragt mich, warum sie nicht den Klebestreif verwendet hat. Das wäre schneller gegangen. Schmalz. Oh, umgekochtes Hammelkotelett. Wollen wir uns mal das... Okay, ich sollte nicht so viel davon reden. Ich mache das einfach. Hier ist dieses Ding. Das nehme ich kurz. Dann gehe ich hier hin. Und dann nehmen wir das nämlich mit. Richtig. Oh, das hat nicht geklappt, ne? Ah ja. Okay, dann machen wir jetzt das hier an. Und dann tun wir das da rein. Hallo, Chibi. Schön, dass du auch mal kurz vorbeischaust. Wie geht es dir heute? Geht es dir gut? Aber mir geht es echt gut. Ein bisschen entspannt. Bär zugeschaut, ne? Das war schön. Das war ein richtig schönes Erlebnis. Ja, bei mir läuft es. Ach, könnte kaum besser sein, weißt du? Literally. Quasi. Nehmen. Nicht essen. Kann ich es aus der Pfanne rausnehmen? Ja. Kann ich. Oh, wo hat sie es hingetan? Hat sie es vom Boden gekippt? Ach so, ja. Naja. Wie das so ist, ne? Mhm. Ja klar, entspann dich einfach. Wird ein entspannter Stream heute. Nicht so chaotisch wie gestern. Wusstest du, dass man für einen brasilianischen Sub nur 70 Cent bekommt? Also ich nicht, aber jetzt weißt du es. Fand ich ein bisschen lustig. Das habe ich mich auch gefragt, als ich hier reinkam. Ich habe gedacht, ich rede einfach mit keinem drüber. Ich tue einfach so, als wären sie nicht da. Das bringt uns allen am meisten, habe ich mir gedacht. So, ich koche jetzt nochmal, weil ich so intelligent war und gelernt habe, was was es bedeutet, wenn man auf Pfanne entleeren klickt. Das bedeutet nämlich, man schmeißt das Essen weg. Nicht, man packt es in seine Tasche. Gott, du hast so viele Sachen. Was ist das? Prime Gaming, Monatsabonnent, danke dafür, Chibi. Und Moderator, Mensch. Muss immer ein bisschen Blick haben auf meinen Streamtitel, habe ich es mir aufgefallen. Der ändert sich manchmal. Mhm. Ja, ist cool. Das sind Brasilianer, das sind echt nice. Bei dem habe ich aber vorhin auch mal kurz reingeguckt, aber ich habe kein Wort verstanden. Aber er hat auch wieder Zombie gespielt. Kann ich irgendwas machen? Ja, ich kann die Mandagen waschen. Ich kann was trinken. Ja. Aber ich habe gemerkt, da gibt es eine intensive Szene. Und ich habe mal in die Statistik reingeguckt, gestern Abend noch. Zelda ist mit großem Abstand mein schlechtes Geviewtes Spiel. Also so Faktor 10 oder so. Wir gucken zehnmal so viele Leute bei Brückenbau und so wie bei Zelda spielen. Das fällt mir nicht schwer, aber es dauert eine ganze Weile, ehe ich nicht mehr diesen netten deutschen Akzent habe. Den haben halt Deutsche automatisch. Außer ein paar die man dann hasst, wenn sie im Englischunterricht sich melden und so sprechen, als wären sie in England geboren, aber in Wirklichkeit noch nie da waren. Ansonsten kann ich ganz gut Englisch. Okay, jetzt bin ich verwirrt, warum habe ich Tischlerei noch nie gelesen? Ich habe Tischlerei einfach nie gelesen. Ja, ein bisschen, ne? Wenn man zum ersten Mal 50 Giftsabs in seinem Leben bekommt, nachdem man einen Monat streamt, ist es verwirrend. Aber es ging, es waren nur die ersten zwei Stunden komisch, dann ging es. Ja. Hä, ne, also an die, es gibt extra so eine Seite. Na, wenn ich, wenn ich schon, wenn ich, wenn ich ein bisschen gucken will. Natürlich muss ich schon das spielen, im Endeffekt, was mir Spaß macht, aber ich muss ja schon mal gucken, was so gut ankommt. Und wie, wie gesagt, es war nicht so. Warum, was hast du vor? Wir sind hier unter uns. Juppie, wir sind hier unter uns. Und ich kann ja, ich rede ja nur davon, dass ich gestern mal geguckt habe und gesehen habe, dass es wirklich niemanden interessiert, wenn ich Zelda spiele. Einfach wirklich niemanden. Aber was hast du vor? Hier ist, also, ja, du könntest dich ein bisschen mit Chibi battlen, aber ihr mögt euch zu sehr. Ihr battelt euch nicht. Okay, Juppie, dann werde ich darauf achten, ich wollte gerade sagen, dass ich das nicht mache, wenn du da bist, aber das Problem ist, also was heißt das Problem? Du bist halt immer da. Das heißt, ich kann es niemals machen. Was kein großes Problem ist, aber du bist einfach immer da. Was, was sehr schön ist. Ja, ich glaube auch, das ist ein schönes Spiel zum Entspannen ist. Also für mich auch, für mich ist es auch entspannt. Aber dieses Spiel, was wir gestern zuletzt gespielt haben, ist echt ganz cool, aber es kam hier am Ende ein bisschen... Wie heißt es? Viewfinder oder so? Es kam hier ein bisschen einseitig, würde ich mal sagen, vor. Ich weiß halt nicht, ob da noch... ob da noch viel passiert. Am Ende musste ich ja so ein Bild genauso da hinlegen, wie die anderen Bilder und ich weiß nicht, ob ich es falsch gemacht habe. Wir können ja noch mal versuchen, die Demo zu Ende zu spielen irgendwann. Ich sollte halt so ein Bild genauso machen, wie es war quasi, so genau overlay. Und entweder habe ich es nicht hingekriegt oder ich habe irgendwas falsch gemacht. So, ich weiß nicht mehr, warum ich gestern Abend in dieses Haus gelaufen bin. Oh, und ich habe mein Essen im Ofen vergessen. Das holen wir noch schnell. Aber Viewfinder war halt so ein Spiel mit einem ganz neuen Konzept, was es noch nie gab und das... Im Endeffekt ist sowas immer interessant. Es verbrennt ganz langsam. Wir nehmen das mal. Und wir lassen das mal in der Fahne und packen das in den Rucksack. Oder kennt jemand dieses Konzept, was es bei Yurana gab? Ich nicht. Da ich das Spiel nicht kenne, weiß ich nicht genau. Oh, das wollte ich nicht machen. Super liminell. Und ich gebe das mal kurz ein hier drüben. Ich suche immer noch nach so einem ähnlichen Spiel, was ich mal gespielt habe. Und da habe ich gestern Abend... Oh ja, das sieht sogar ein bisschen so ähnlich aus. Keine Videos, keine Videos. Ja, das sieht ein bisschen so ähnlich aus. Was wollte ich sagen? Ich suche nach... Ich habe nach so einem Spiel gesucht, was es mal früher in der Unreal Engine gab, wo man... Es war so weiß und hatte so... so gelbe Blöcke und man konnte halt immer in so Gänge reingehen, aber wenn man dann rauskam und um die Ecke geguckt hat, war der Gang nicht da. Das war wie so ein Escher-Bild, aber halt als Spiel. und so ziemlich farblos gehalten, aber dann immer so mit Gelb dazwischen und Orange. Aber ich habe das Spiel nicht wiedergefunden. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ah, nur Müll, ne? So, warte mal. Wir müssen das noch favorisieren, das noch favorisieren. Die Bandage kommt in den Rucksack. Favorisieren und den Rest packen wir ins Auto. Und den Kaffeeraum machen wir zu. Okay. Ich finde es blöd, dass die Autos nicht durchsichtig werden, finde ich halt wirklich nicht gut. Das ist das Einzige, was mich so richtig stört an dem Spiel. Dass wenn man hinter dem Auto steht, dass man sich nicht mehr sieht. Weil, ich meine ja, aber die Häuser werden halt auch durchsichtig, logischerweise. So, ähm. Ich weiß halt nicht genau, ob wir hier eine neue Base machen sollten, weil wir wohnen. Mein Haus ist da. Aber so weit bin ich auch nicht weg von zu Hause, ne? Stimmt, ich wollte, ich weiß, was ich machen wollte. Ich erinnere mich, ich hab, da ist die Polizeistation. Ich bin, oh Gott, ey. Das ganze Stück. Ich bin in das Haus gefahren, weil es dunkel war und ich nicht im Dunkeln in die Polizeistation wollte. Und ich such halt immer noch nach einem Schwert oder so, ne? Eine langen Waffe. Oh Gott. Das wär halt wirklich schön. Wir müssen nachher noch ein bisschen Kfz-Skill leveln, damit ich meine Autos endlich reparieren kann, die alle bei mir schon vor der Tür stehen. Aber was ich halt unbedingt super gerne hätte, wären Katana oder so. So. Ne, ich habe lange nicht mehr geschossen. 9mm Pistole primär ausrüsten. Ich weiß halt nicht, ob... Und das ist das Steuerkreuz. Bisschen Zielen üben hier draußen. Weil eigentlich ist das wie bei Walking Dead, sobald man einmal geschossen hat, wimmelt es hier in zwei Minuten nur so von Zombies. Hm. Könnte sein, dass er alleine war. Ich glaube nicht. Nee, nicht mal die haben ich gehört, okay. Treffe ich den ins Gesicht? Nein. Geh, das kann sie noch nicht. Aber auf die Entfernung geht es ganz bestimmt. Ja, das geht. Ah, das werden doch schon mehr. Guck mal. Müssen nämlich unbedingt ein bisschen unseren Schieß-Skill verbessern. Und die Nachlade-Skill auch. Aber es... Ich glaube, hier ist gut. Ich glaube, hier ist gut. Ah, ist ein bisschen weit. Ist ein bisschen weit. Ich habe auch so drei, vier geladene Magazine. Das heißt, eigentlich müsste das schnell gehen mit dem Nachladen. Jaha, interessant. Okay, da war was. Oh ja, da war was. Guck mal. Geh mal weg, bitte. Oh, okay, das kann sie nicht. Die brauche ich noch eine ganze Weile zum Anvisieren. Aber dann ist es recht treffsicher, würde ich sagen. Aber sobald ich mich bewege, geht das auseinander. Schlecht, wenn man versucht... Äh, genau. Pistole, Magazin auswerfen. Okay, Magazin auswerfen. Magazin einfügen, fügt sie denn jetzt... Ich weiß halt nicht, ob sie eins... Automatisch das Richtige einfügt. Das würde ich gerne noch... Sehr schlecht. Ja, okay, sie fügt automatisch zumindest ein gefülltes ein. Das ist schon mal gut. Wie schnell level ich da? Schon recht schnell. Nee. Aber gut, hier ist auf jeden Fall ruhig. Und ein paar Bücher. Wir haben doch auch noch nicht alle Bücher. Ich würde schon gerne alle Bücher haben. Ein paar essentielle Femine. Okay, das war doch... Das war angenehm. Was ist denn hier oben? Das sieht zu groß aus. Wir sind jetzt auch endlich an dem Punkt... Oh, eine Pflanze. Kann ich die einpacken? Leider nicht, ne? Ach, schade. Das wäre schön, wenn man so Pflanzen mitnehmen könnte. Ich bin auch endlich an dem Punkt... Kippen. Wo ich nur noch Sachen mitnehmen muss, die... die ich wirklich brauche. Das ist angenehm. Ich muss halt nach nichts mehr suchen. Na, Suche Band 3, ja... Weiß ich nicht, ob ich das hab. Nehme ich mal mit. Was ist mit ihr? Also, sie ist schwer beladen, ja. Oh ja, das ist lecker. Guck mal. Braune Zucker, Hefe, Kakaopäum, Wasch. Mh, nice. Da hat jemand wirklich gut eingekauft vorher. Oder selber schon gelootet und dann kamen die zu... Oh, nice. Aber Böhm habe ich... Na, ein Liquorstar gleich nebenan. Weißwein. Ja, ja, der ist voll mit Weißwein und... Weißt du was? Komm. Heute ist auch egal. Heute einfach rein damit. Den Whisky, den trinken wir unterwegs im Auto gleich. So, was haben wir hier? So lange der Kram frisch ist. Ich weiß halt nicht. Ich denke, das ist dann nicht mehr frisch, wenn ich zu Hause ankomme. Und natürlich Dosenversiche, ne? Und Dosenversiche. Oh, verrottete, ungekochte, tote Ratte. Na, das lassen wir mal da. Pilz-Suppe. Oh, die hat echt schöne Sachen hier. Da hat jemand wirklich, wirklich gut gehaushaltet, muss ich zugeben. Äh, trink mal ruhig. Ja, und komm, davon können wir mal eins nehmen. So, was ist... Ich... Ja. Kochen vier. Ah, guck mal hier, das Haus ist auch voll mit Kochbüchern. Das macht Sinn. Wir können nicht mehr tragen. Ne, wir müssen raus. Hoffentlich Zombie frei. Ja, Zombie frei. Das ist doch schön. Ist da genug Platz? Ja, da ist genug Platz. Ach, so macht das Spaß. So macht das wirklich Spaß. Äh, so stressfrei. Ich muss halt noch rausfinden, wie man mit den Fernsehern levelt. Ich hab das noch nicht rausgefunden. Okay, hier war ich schon. Ich muss mir mal ein Tutorial, glaube ich, bei den Fernsehern angucken, weil das wirklich, die Fernseher, das ist nicht so intuitiv. Okay, da ist noch eine Maus. Nee, Set. Nee, Set nehmen wir mit. Kita? Ach, nee, Kita. Witzig. Kann man die denn dann spielen oder so? Beide nicht ausrüsten. Kann ich das als Waffe benutzen? Einfach nicht spielen. Zustand Schaden. Voll leistungsfähig mit zwei Händen. Ah ja, sie benutzt sie als Waffe. Nee, das wollen wir nicht. Ähm, ablegen. Primär ausrüsten. Ähm, Achso, eben ist noch im Schrank. Ich weiß halt auch echt nicht. Oh, Schlaftabletten. Jurybox. Oh ja, allerdings. Oh ja, Jackpot. Guck mal. Äh, kann ich die auf dem... Da will ich mal reingucken. Achso, geht das nicht. Egal, die ist auf jeden Fall voll. Die Jury... Die... Ich hab... Wir haben ne... Das ist gut. Das ist auch ein großes Haus. Die können sich auch Schmuck leisten, ne? Ups. Ich hörte das weh. Oh ja, das... Oh Gott, ey. Was hat sie denn gemacht? Sie springt über den Zaun und reißt sich den... Oberarm und den Schenkel auf. Oh Mann, ey. Die kann ich jetzt nicht putzen oder nicht nähen oder die muss ich nicht nähen. Wahrscheinlich muss ich die nicht nähen, weil die nicht tief sind oder so, ne? Oh, Pflaster drauf. Da auch. Das kann ja nicht so schlimm sein dann. Ich bin jetzt hier nur am Zaun gestoßen. So, auspacken. Und unsere Jacke haben wir uns auch kaputt gemacht. Und aus irgendeinem Grund haben wir den Kram auf den Boden gelegt und nicht ins Auto. Tun wir den mal ins Auto, bitte. Das ist ein Hoodie. Jetzt ziehen wir den Hoodie an. Wenn ich die Kapuze aussetze, setze ich den Helm ab. Ja, okay. Wissen wir das jetzt auch. Helm anziehen. Und primär ausrüsten. Und Koffer umschließen. Plan ist immer noch, dass wir mal bei der Polizeistation noch mal vorbeigucken. Die ist halt hier unten. Ich meine, hier ist noch ein großes Haus, ne? Direkt hier. Ah, direkt hier. Guck mal. Machen wir den Motor aus. Ein bisschen ruhiger. Es ist neun Uhr morgens, also wir haben den ganzen Tag Zeit. Was ich, wie gesagt, unbedingt haben möchte, ist so ein Schwert oder also irgendeine große Hieb- oder Stichwaffe. Eine lang, lang Hieb-Stichwaffe? Keine Ahnung. Einen Schwamm habe ich, glaube ich, noch nicht. Einen Mob habe ich auch nicht. Auf dem Bleichmittel ist ein Totenkopf. Das sehe ich ja jetzt erst. Kann ich damit irgendwas Nettes machen? Ja, komm, wir nehmen hier alles. Super. Und hier nehmen wir auch alles. Ich weiß halt wirklich nicht, oh, Bücher, Bücher. Ich weiß halt wirklich nicht, wie lange die frischen Sachen halten. Keine Ahnung. Der Kräutersammler. Na, komm. Wo ist es? Das lesen wir doch gleich mal. Lesen. Ah, lesen. Sternchen heißt, haben wir schon gelesen. Ich verwechsel das immer wieder. Nee, Sternchen heißt, haben wir noch nicht gelesen. Lies das bitte. Sie möchte gerade nicht lesen. Oh, sie muss auch schlafen. Ah, sie ist sehr müde. Nee, Sternchen heißt, wir haben es noch nicht gelesen. Ich bringe das immer wieder durcheinander. Müssen wir kurz das mit dem Zombie klären, dann hier. Vorschlaghammer weiter nicht ausrüsten. Ich kann es nicht genau hören. Ich schätze mal da oder da. Aber ich muss sie. Kann nicht. Geht da nicht. Hier. Nein. Geht da nie. Geht da nie. Muss ja hier sein. Hä? Doch, hier. Ja, wahrscheinlich hat sie gewohnt, ne? Aber so geht es zu Ende. So wird es für uns alle zu Ende gehen. Irgendwann schlägt uns jemand mit dem Postleckhammer den Schädel ein. Oder ein Zombie. frisst uns auf. Ich weiß nicht, was das bessere oder das schlechtere Ende wäre mittlerweile. Das spielt auch, glaube ich, keine Rolle. Guck mal, in den großen Häusern sind immer Jewelryboxen. Oh, CD-Ks. Ach, CD-Ks. Nicht CD-Box. Das ist aber wirklich gut zu wissen. Und gut, dass wir hier sind. ein schönes, großes Haus. Die Tür abschließen nochmal hinten zu. Und schlafen wir gleich mal eine Runde, ne? Ist hier abgeschlossen? Auf dem Boden schlafen? Nee, nee. Ein schönes Bett irgendwo. Guck mal, ein wunderschönes, großes Bett. Natürlich wollen wir schlafen. Ich habe auch mal geguckt, wegen Elden Ring Coop, aber ich hätte mir ein Bär ein bisschen unter die Arme greifen können, aber das ist relativ. Also es geht, man kann Elden Ring Coop spielen. Das Spiel an sich funktioniert dann auch recht gut, aber es ist super kompliziert. Und wenn der Host stirbt, dann wird man wieder rausgekickt aus dem Game und ach, keine Ahnung, wieso sie das so kompliziert gemacht haben. Hätte ein schönes Coop-Spiel werden können. Ist eine CD in der Reisetasche? Ich tue die mal auf dem Boden. Aber nur eine CD. Na gut. Und Sportschorts. Ich glaube, die haben wir auch noch nicht. Das ist nicht witzig. Halterloser BH-Tiere. Aus Strumpfhosen haben wir auch noch nicht. Boah, eine neue Jacke. Aber ich glaube, wir können unsere Jacke auch nicht mehr wirklich... Ihr seid wirklich im Eimer. Alle Löcher flicken. So, ich ziehe die mal wieder an. Sie hat die Rückenkirche verletzt. Erste Hilfe benötigt. Oh no. Seriously? Also theoretisch... Freut mich, dass da bestimmt wieder... Saug-Glock-Vitamine. Basta. What's that? What's that? Da war glaube ich auch schon. Ach ja, da ist noch einer. Ist da noch einer? Er ist noch. But I will try my best, ne? Hallo Angelo Divido. Könnt ihr beide eng... Könnt ihr beide deutsch? Oder... doch mit einer Gruppe von zweier seid ihr zu dritt? Okay. Chibi ist dabei. Hey, 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 hey. I hope you guys feel well tonight. Hast du eigentlich... Hast du eigentlich Neno schon einen Shoutout gegeben, Chibi? Falls Neno noch da ist und noch nicht schläft, würde sich Neno bestimmt auch über einen Shoutout freuen. Wow. That's nice. That's nice. Hey, Nuel. Hey, Nuel. Natürlich fragen wir ihn. I hope you guys had a good day and a good night we're just playing some zombie killing and in English it's null in German it's null würde ich sagen nee, das habe ich schon gelesen yeah, no problem, man nice to meet you yeah, in English it's better in German it's null oder null you can say null warum denn, Chibi? was ist denn los? du warst so nett vorhin warum bist du denn jetzt wieder so böse auf mich? yeah, Chibi is kind of nice most of the time yeah, null is null could be like zero like null like if somebody somebody from the south also who can't speak german with an accent with an accent oh yeah I don't have contact to the government no government ties wie ich dir schon vorhin mitgeteilt habe für den brasilianischen Sub kriegt man 70 Cent 1 how long how long are you are you in germany for how many years months hey, you guys are here for three decades and you don't have a german passport? how is it possible? how is it possible? I mean not, I mean how is it you're a refugee for 34 years? no 29 nein, how is it possible? I mean how? how? how is it possible? how is it possible? how is it possible? oh you are from from the EU yeah, but Noel? I don't know how to say a British Constitution Das ist kein Problem, wenn du ein greek Passport hast, oder? Ja, ja, das ist ein Problem, du kannst einfach alles machen, ohne etwas extra zu brauchen. und du kannst noch die freie die healthcare system in greece ist besser ist es free oder ist es wirklich cheap i had a greek roommate once and i think she told me it's i think she told me it's it's free jibi was was genau ist dein problem jetzt gerade kannst du es vielleicht irgendwie ausdrücken dann wüsste ich was dein problem ist im moment weiß ich es nämlich nicht genau ja i don't understand she says i'm retarded and i i don't know why i mean i know why she says it but i i don't know why she says says it now und 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 oh you guys figured it out huh so is there a way to change this do this quicker like a hotkey oh 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 all empty I get it hey Mark are you here I didn't didn't I didn't see you hey Mark hope you're fine so magazine where's the I had three magazines where's the third one is it inside oh I lost the magazine I don't know how I had three magazine ah maybe I put it away no you had it you had a d in in German yet German language hard language sometimes we get it wrong you don't use some special cases you're basically speaking wrong German even if it sounds right oh yeah I know I didn't want to say it but you remember I'm proud of you yeah I I knew that you did you do this and I I I think I said it the other way around but it's okay I wanted to load up my magazines load load it load it load okay basically gunfight is cool but I needed like a hotkey for changing the magazine and not going to the menu and change the magazine I think there is a hotkey there should be oh yeah you're you're right chibi this this is this is what I said oh I don't want to fuck up my car my car is this again my car is really fucked up and I didn't do anything and I think we go home now oh no we have we have stays left we have space left I want to yeah that's basically their job huh it seems it is it military town yes I found a lot of military cars here maybe there's a military military station is it called that like a base maybe there's a military base here so we will get out and shoot some zombies no no it's the first one from the ones you can choose I think it's the first one the yeah the I put in military cars I put it some mods in Mark yeah what chibi was hab ich gemacht I don't know what I did wrong I just was a bit slow sometimes I'm slow you know that yeah see you soon well ach so ich dachte ich dachte du meinst I thought you mean ich weiß auch nicht wenn du auf deutsch schreibst soll ich dann auf deutsch antworten oder auf englisch weil die verstehen ja sowieso nicht was du schreibst yeah see you soon see you later have a good night um it's a famous kind to die in this game getting eaten by zombies while looking on the map there's a way to look on the map and pause the game at the same time but I don't do it to keep the immersion so how much do I get for yeah it's okay like like I'm oh I did like all of this I did this okay this is good is there something nice on the graveyard I don't think so huh oh she has it's not a uh maybe but it's not a katana looks like a big knife oh she has a ring it's a bread knife hey what do you mean what are you upgrading what are you upgrading the camera stay in front I don't understand I don't understand did you use google translate for that it's I kinda understand what it says but it you mean this that I that I can that I can I don't know I didn't do anything it's it's I I didn't change yeah I didn't change something I don't know that's how it came I just rearranged the windows but I didn't change anything on the behavior of the game on purpose have a nice soup chibi what's inside or did you mean what 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 I'm upgrading what I was looking for now right now I'm this is aim Mark if you if this was your question ah yeah you're right um I can fix this so now it's better sorry man yeah 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 I learned today I learned that what I do medicine that I can stitch myself together with a normal needle and a normal fadden I don't know the word thread yeah like a needle and a thread and I stitched myself together that was fun yeah now I'm doing some aim I'm I want to get on level two and do you know Mark do you know if there's a hotkey for changing a magazine a full one versus a empty one so I don't have to go into the menu and change it oh you mean the universal button for that oh I never tried yeah yeah I mean to reload in almost every game where you shoot a weapon yeah yeah but thanks this is the yeah that's a very good tip because I knew that it should be possible but I didn't no I just never tried no I just never tried I wanted to look it up or ask somebody who knows because I never I just never tried can I read this no can I read this no I don't know if I have this this I should have but I don't know I need a mod to know this is this is the only thing I I oh ours yeah he reloaded ach das ist ja nice das ist really cool so he reload I can reload every magazine I have yeah the weapon weapon wheel ah and I can load it also Und ja, now I did something. Ah, he changed the magazine. Okay. I did this. And I. Ah, ja. Okay, nice. Hello, Sonicado. Welcome to the stream. Back on this. This is good. Six. And this and this. Okay, come on. The thing I'm really looking for is a katana. So I put the katana inside too. But I think there's one. But like really, really slow, low count on the whole map. But I really want a katana. Or like a long, long sword or something. Oh, the door is barricade. Oh, I never, I never had a barricaded house before. Okay, this is, this could be a bad idea. I think I get the car. But the barricaded house could mean that there's a lot of cool shit inside, huh? Maybe no food, but cool shit. Oh, and I have to go home. I have all the fresh stuff from the, from the fridge. I think I will loot, loot the, the house. And, oh, nice. The barricaded house and then we will go home. What the nice, thanks. Go inside. Yep. It always, it still always gets me. It's really good. It's well made. It's really, really well made. So, where, oh yeah, I'm going right to the barricaded house. That's good. Yeah, I have to, to skill my car repair skills today, so I can fix my cars. Because I really like the Humvee. But it was a little bit broken when I found it. So, oh, nice. What do we have here? We can have one. Oh, it can drain the battery? I normally never put it on. I always forget to put it on, because it looks like there's light on when you drive. Yeah, it makes sense. Yeah. It looks like the light's on when you're driving, so I always forget to turn it on. But yeah, last night I turned it on. This car is so cool, because you can reach the, the trunk from inside. This is like, really, really cool. So, what do we have? I have this one. Yeah. 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 And it never happened to me that I drained the battery, so there they are. This is the barricaded house. It's not just half barricaded. Okay. Maybe I come back here. Oh, but it's a big house. Yeah, but I think I will drive home and put away some stuff. Better look on the map. Okay, yeah, I can go there. Yeah, and we do the, I have a lot of books. I can look at my, I need, I need the, the mod who, which, but, which so shows me what books I already found. But I think I almost have every book now. I have to look it up. Oh, shit, break. Ha ha. Um, yeah, straight till, till the corner with the blue house. Does somebody, oh, god, does somebody know if there's a military base on this map? Should be, huh? Because I raided the police station and I now I have a lot of low-tier weapons. But I'm missing, I have one high, one mid-tier or high-tier weapon, one M14. But no, no automatic, just no full automatic. I need, like, some big guns, some automatic guns. So I have to go this way. Oh, shit, and I have to look out for my car. I really want this car. I don't want it to break. Oh, yeah, it, it, uh, the engine went off. Yeah, for a short moment I wanted to know what basically I'm playing without spoilers, yeah. Somebody helped me out with the police station because I was looking for it for almost two days. Like, real-time days. Like, two streams I was looking for the police station. But, yeah, it was a blue house. You know, it's like, he said, he told me that it's, it's, maybe it's a blue house. And I was like, yeah, fuck, maybe it's a blue house. Because I thought blue houses are just community houses. Like, I found a lot of blue houses, like churches. But, yeah, the police station is kind of a community building. And, yeah, and the hospital was pink, so, yeah. But, yeah, this is what he did. But, yeah, I found something on top of the map. I want to, maybe, yeah, we can go there next. Here, and it's a military base or it's a, it's a prison. Maybe it's a military base because there are no walls and maybe this is just a big fence. But, yeah, maybe. It's one of the both. Hey, Mr. Rat, nice to see you. Yeah, you, you prolonged my life, my real, my real life. Because, yeah, like you said, I went past it like 10 times and I knew that there is a police station in my little town. But, yeah, nice to see you in the stream. Hope you have had a good night. Till now. Wow, 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 wow. Fuck. Come on. Come on. No, it's broken. It's broken. It's broken. Yeah, yeah, it's broken. It's broken. It's broken. Let me see. It's, yeah, yeah. Get out, get out before they come. Shit, fuck you, fuck. Okay, don't, maybe don't use the gun now. Don't use the fucking gun now. Shit, I put my, I think I put my hammer in the car. Do I have the axe? Oh, I have stuff here. I think I put my, the big hammer, I think I put it in the car. Um, by accident. But I, okay, I have to mark, I have to mark the car and go away. Do it, do it, do it. Where are you? Come on, come on. Whatever. Whatever. Okay, just leave. This was not good, but I couldn't do anything. I would have hit the car or hit the, maybe it was good I hit this part because I could go out on the other side. And I'm kind of far, oh no, oh no, oh no. But they are, um, I, I don't want to go into the forest, but they, they follow me. I think I have, I can go into this car. But maybe it's stuck. Should have a key. Yeah, go inside, please go inside. Thank you. What do vitamins do? I, I took vitamins when I was really, really sick. Because I thought they make me, they heal me better. It's not what vitamins do. I always took them when she was like ill, you know, like. Do vitamins get zombies away? Can I throw them or something? No, I eat them. Do they make me smell like a zombie? Ah. Yeah, I have some in the car, I think. No, there. But the other car is full of nice shit. Oh, all the books are in the car. That's bullshit, but I. No, you know what? I try to kill them. It's not so many. Maybe if it's not. I try to kill all of them. It's not so many. No, it's not so much. I can kill them. I kill them and. Take all the stuff from the car. It's the second Hammui I destroy. I destroyed another one yesterday too. But it was fucked up when I found it, so. Hey, now she's more sleepy. But yeah, it's. Did you know when you. Hit them backwards. They. It's better. So they die quicker when you hit them backwards. And what's really. It's really sad. It doesn't count as a kill if you run them over. And I killed. I killed a lot of zombies. By running them over like this. Okay, go. Look, it looks good. It looks good. I think it's the last three. And then I get all the stuff from the car. Yeah, shit. Yeah, I have to. I have no skills in car mechanics. So I have to. This is what I wanted to do tonight. Level up my mechanic skill. I think I'm still missing the recipe for the big cars. So this is, I can't repair. Maybe I'm still missing it. So I can't repair the Humvee. But it doesn't matter. So if I get my car skill up, it's still good. So when I find the recipe, I can go and fix it. Oh, come on. Oh, I think he's under the car. Where is he? I think he's under the car. No, there he is. Shit. What are you doing? Okay. Oh, she's. This is good. She's fine. There's another one. Yeah, this was lucky. But I patched up my, my clothes, like. You see how I look. It's like I have a lot of patches. On everything. Oh no. Oh, this was lucky. Like, I shouldn't. I shouldn't. There's still zombie noises. Why? Shit, I just have to take this down. Oh, yeah. He's under the wheel. So this is why they hear me. I heard him. So, come on. Take this shit. I once died because I skipped forward by emptying the car and then the zombie came around the corner and killed me before I could press F3 again. Because he killed me when I was skipping forward time. He bit me like 20 times in half a second. This was unlucky day. Anyway. Schön, dass du wieder da bist. Ich weiß nicht. Lurking oder Somewhere else. Why are they still not favorit? Favorit? Okay, there's someone. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Lauf. I have to stand up. Maybe, maybe I can fight better when I stand up. Okay, fuck this. Achso. Ist alles favorisiert hier. Okay. Take, take all. Okay, I skip forward. Hope not to die. Oh, shit. We just... Oh, war das heute? Wartet, sagt nichts. Don't, don't tell anything. We can look at together later. I didn't watch it. I want to see it. Ah, I got the email. About the Mario game. Yeah, I want to see the... What, what are you doing? Where, 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 where put... Where did I put the rest on... Oh, I put the rest on the floor. I hate when that happens. Why are you putting it on the floor, dude? Yeah, I forgot. But I think it's... I killed everybody now. But I... Oh, I only have one run left. I only have a... Thanks, Noel. I only have one... Just a few things left in the other car. And I don't hear anybody. Thanks. It's... 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 The only thing I... I... Over... Over... Also, I did... I have to do... The sub-sound too, and the... And the animation. I... Didn't have time. For... There's my... No, I have it. It's the... The construction hammer. I have it. Um... Oh yeah, but nice... Nice with the... Nintendo Direct. I got the email today from the new Mario game, and I looked... I saw the pictures in the email, and they looked nice, I would say. You know, they could look... Yeah, it didn't look shit. And they have co-op playing, but co-op playing in Mario Maker is like fucked up, so I don't know... I don't know if they fucked up the new co-op in the new Mario game, but I don't know why they should not. I... You know, it's... I don't think... They fixed it. It's Nintendo. They don't care. Yeah, I leave the car here, but maybe I try to get it out of the way. I usually play... Yeah, and like the new one, like New Super Mario Brothers. Like a mix of them. The 2D one. The last one that came out, but yeah, the new game looks a little better. It's a little bit like the last one, this is like, it's normal. But yeah, it's... 2D games were never shit 2D Mario games, I think. But everybody was hoping for Odyssey 2, like Mario Odyssey Part 2. Everybody was waiting for this, and they didn't do it. Obviously. Ah, nice. Oh, did... Ah, was it driving? No, I don't care if it drives. Yeah, because it's broken. But yeah. We can have some Nintendo Direct after the Zombie Town. But yeah, from... To talk about... TOTK. I usually should play TOTK for one or two hours when I start streaming. To get the game done. I try not to do... I try not to do... Side quests. I did some cool side quests, but I... I... Don't do the shitty side quests and just do the story line quests to the main story and the... side story. Because they are... The quests are kind of cool, but yeah, the game is... Yeah... It's not a bad game, but it's... I already played this game with another story a few years ago. Did they say something about it? I mean, the thing is... Yeah... Maybe they do... Shit... Maybe they do better games... If they have a better console and now they're doing just the same because they don't... They can't do better stuff, but... Yeah... Like the new Mario game. It looks like... The game from five years ago. It looks exactly the same. Graphics wise... Oh yeah, okay. I can go. Oh yeah, das wär was. Switch U. The car has problems too. Oh no. Why? Who parks there? Yeah... Yeah, yeah, das waren... He said it because... When it happens he can say... He said it first. Yeah... You only say it so that you can say that you've said it first. Okay, this dumb car... Is closed. Oh no, it's broken. But it's... ...it's... ...is in a fucker piece. I... Ich glaube auch, dass sie etwas ähnliches machen werden, weil sie jetzt seit 10 Jahren gemacht haben. Mehr, ne? Mehr als 10 Jahre. Nichts, was Nintendo macht, seit dem Game Boy 1 floppt. Ja, seit der NES. Ja, irgendwie. Von der Nintendo Perspektive. Ja, stimmt schon. Ja, das stimmt. Ich denke, die wirklich nicht funktioniert war der Game Boy 3 DS. Das ist der, der wirklich verdammt. Ja, aber immer noch viele Leute haben es. Ich habe eine Zelda Edition. Ich habe es nicht benutzt. Ich habe es nicht benutzt. Ich habe es nicht benutzt. Ich habe es benutzt. Ich habe es benutzt. Für Mario Maker 1. Aber... Ich habe es benutzt. Ja, das ist das, was ich für. Ja, es sieht gut aus. Und es hat Zelda. Ja, es sieht gut aus. Und es hat Zelda. Wind Waker. Wind Waker. Wind Waker. Es ist nicht ein schlechtes Zelda-Games. Aber es wird nie auf der anderen Seite sein. Ja, Wind Waker ist ein cooles Spiel. Ich liebe es. Ich liebe es, die Speedrunen. Aber ich bin mir verstanden, wenn ich es sehen kann. Und es hat gute Grafiken. Am ich in die richtige Richtung? Ja, ich bin. Es ist nicht Link to the Past oder Breath of the Wild Zelda. Es ist B-Tier. Es ist nicht A-Tier. Es ist B-Tier. Wups. Okay. Hier irgendwo wohne ich. Hier glaube ich. In der Straße. Haben wir eigentlich jemals in das Polizeiauto reingeguckt? Oh, ja. 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 I think I still can't fix my cars. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh. nicht macht. Also ne, die haben es ein-, zweimal gemacht. Aber das machen die nicht mehr. Die wollen Geld verdienen. Die wollen dir die Switch-Spiele alle nochmal verkaufen für 70 Euro. Und weil es Nintendo ist, klappt das meistens auch. Ähm. Ich will das nicht. Na, warte mal. Hör mal auf. Stop. Take all the-, oh no, we don't have space. Okay. Egal, we take. Ja, the-, the-, a lot of the best games are on GameCube. It's like Game Boy. Some, some of the best Nintendo games are on the OG Game Boy. So, I have to put a lot of stuff away now. Fresh. This is fresh. Not so much fresh. Nice. That's nice. You had the GameCube one day before release. Let's, that's good. Oh, wir brauchen, wir brauchen Kisten in der Küche, denn wir haben keinen Platz mehr für, nimm das mal. Für Nahrungsmittel. Ich guck mal, ich hab keinen Platz für, für, oh, und hier liegen noch die ganzen Waffen von gestern. Witzig. Ja, wir brauchen Kisten. We need Boxes in the Kitchen. Mhm. Ich hab mir letztens HDMI-Adapter für meinen, für meinen Super NES geholt. Und dann hab ich wieder gemerkt, wie anstrengend Kaizo-Spiele sind. So, warte mal, wir müssen mal kurz überlegen. Wir haben hier Nahrungsmittel. War, was ist eigentlich so schwer gerade? Das können ja nicht die Nahrungsmittel sein. Äh, Gegenstand platzieren. So, hier liegen ganz viele Waffen. Ich muss hier jetzt Kisten hinbauen. Was, was hab ich dabei, was so schwer ist? Und was ist in den beiden drin? Ah, ne Menge Crab eigentlich, ne? Die kann ich auch mal nach draußen stellen. Die stell ich gleich mal. Oder ich mach die leer, dann kann ich da was reintun, aber ich kann die nicht stapeln, glaub ich. Was ist so schwer? Warum bin ich so vollgepackt? Ich versteh grad nicht, warum ich so vollgepackt bin. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz checken, warum ich so so vollgepackt bin. Okay, ah, irgendwas war schwer. Ich glaub, der Bourbon war so schwer. Ich wollte auch einen trinken. Gib mir mal einen. Eins nehmen. Molotov, ah. Ja, das machen wir mal. Das war schön. Gegenstand nicht fallen lassen. Das wär gut, wenn du die Molotov-Cocktails nicht fallen lässt. Die bringen wir mal zu den Waffen. Stell die mal alle dahin. Schön gemacht. So, wir haben hier noch Kram drin. Ja, genau. Das kommt in meine Schatzkiste. Schatzkiste. So. CD-Case. Ist da eine CD drin? Ne, sieht so aus, als wäre da eine drin. Wir haben eine Ersthilfe-Kasten, Pastry-Box. Oh, wir haben die Pastry-Box noch dabei. Ich darf nicht das vergessen, dass da Donuts drin sind. Ich glaub, ich muss sie auf den Boden stellen, ne? Oh man, die sind alle verrottet. Das ist schade. Ja, guck mal, wir haben hier ganz viele Sachen. Die müssen noch hier rein. CD-UHS, das kommt alles da rein. Oh, er ist voll. Finally my... Äh, finally die ist voll. It took a long while. Das hat echt lang gedauert, bis das Ding voll war. Hungrig, müde, ja, komm. Ist eine gute, ist eine gute Zeit, um schlafen zu gehen auch. Machen wir die Tür zu. Schlafen? Schlafen. Ja, ich will schlafen. Ups, das, so, ich muss es mal kurz da hinklicken, so. Ich glaub, Chibi ist wieder unterwegs, irgendwo. da ist sie wieder. Da ist sie wieder. geregnet. Also, und auch erst vor einer Stunde oder so, so um elf oder so, hat es angefangen zu regnen und hat es halt einfach nur geregnet. Krass. Ja, so krass, nee, Bob. Bei uns war es mega langweilig für Hamburg. Es hat so doll geregnet, aber, ja, also, ja, nee, ja, das war jetzt nicht doll, nicht doll. War so ein bisschen Wasser auf der Straße, aber. Was hat sie denn alles da reingepackt? Das ist totaler Quatsch, ey. Ja, man konnte es ja auch der Deutschland-Map sehen, dass hier oben an der Küste quasi ist nichts angekommen. Der ganze Shit war in der Mitte. Aber das ist ja in letzter Zeit öfter so. Das war ja letztes Jahr auch und als die krasse Überschwemmung war, war das ja auch, dass das alles irgendwo anders abging. Das ist so, was bekommen wir hier nie mit so richtig. Sport-Shots. Warum habe ich einen CD-Case? Guck mal, ich muss mal kurz, habe ich immer noch den Müll hier? Nee. Ist kein Müll. Das ist, glaube ich, Müll. Warte mal, aber das tun wir hier hin. CD-Case. Ganz viel Essen. Ich habe sehr viel Essen. Ja, krass, das ist übel. Stimmt, bei uns läuft das auch manchmal in den Keller. Ich hätte mal gucken sollen. Weil da kümmert sich nicht immer jemand drum. Ich hätte mal gucken sollen, habe ich vergessen. Aber so super krass, hat es nicht geregnet, aber lange. Eine Stunde ziemlich doll. Schwamm. Ich habe so einen Mist dabei. Warum hat er das alles hier reingepackt, ey? Ich muss immer noch eine Kiste bauen. Ja, ich muss Kiste bauen. Eine Kiste brauche ich wie viele Bretter? Als Kiste drei Bretter. Ich will drei Kisten bauen. Neun. Neun. Super. Wir brauchen noch Nägel. Wie viele Nägel brauchen wir? Neun Nägel. Mengen nehmen. Neun. Neun Nägel. Neun Nägel. Ah ja, drei Kisten. Bauen. Holzkiste. Stell die bitte nicht in die falsche Ecke. Nein. Sehr gut. Und da noch eine. Steht jetzt zwar vom Lichtschalter, ich glaube, ich komme da aber noch ran. Nein, 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 nein. Das machst du mal nicht, bitte. Mach das mal weg. Nein. So, wir wollen da oben eine Kiste draufbauen. Kriegst du das hin? Ja, das ist immer blöd, wenn das im Weg ist. Ne, warum? Du sollst sie nicht... Ach. Jetzt hat's geklappt. So, endlich haben wir Kisten für... äh... Snacks. Für Essen. Kochen. Kochen. Ah, es gibt einen Unterschied zwischen Kochen und Nahrungsmittel. Das ist mir jetzt auch erst aufgefallen. Kochen tun wir mal nach ganz oben. Und trockene Nahrungsmittel in die Mitte, obwohl ich denke... dass das sehr schnell... Ach, sie hat Hunger. Ich wollte gerade sagen, ich muss sie nicht schlafen, aber sie haben gerade geschlafen. Wir essen jetzt. Wir essen jetzt da. So. Ich komme ein bisschen durcheinander mit dem ganzen Kram hier. Ich darf nicht wieder irgendwas in meine Tasche tun. Ach. Was machen wir? Wir machen das anders. Das, das. Das. Das und das. Und. Das, das, das. Und das, 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 das. Das. Ne, das nicht. Aber das und das und das. Und die, all die Sachen. Es ist ganz schön viel in meiner Tasche, was da nicht reingehört. Und sie ist schon wieder so klamm. Ich verstehe nicht, warum sie immer so klamm wird. Jetzt haben wir aber alles, ne? Noch mal gucken, dass wir die Sachen favorisieren, die wir nicht wegtun wollen. Oh, nur noch zwei Patronen. Das ist nicht gut. Ja, das war's. Okay. Ich glaube, wir brauchen bald neue Patronen. So. Wie sieht's hier aus? Hier ist es alles, hier sind meine Dosen alle, ne? Ah, hier sind noch andere Sachen. Die nehmen wir mal mit. Genau, getrocknete Nahrungsmittel. Kommen die mir hier rein. Nur mal kurz ein kleines bisschen sortieren. Damit ich mir ein kleines bisschen klarkomme hier, weil das so viel Kram ist. Ich glaube, die Strumpfhosen sind die einzigen Sachen, die wir mitgebracht haben. So, Strumpfhose. Zigaretten, Feuerzeug. Hä? Mach doch da. Zigaretten, Strichhäuser, Feuerzeug. Schön hier rein. So, wir brauchen jetzt echt ein anderes Regal. Hier sind noch Sachen. Material. Material. Mein Regal in der Küche ist leider, äh, in der Küche im Wohnzimmer ist leider voll. Es hat so lange gehalten, aber jetzt ist es voll. Ich würde eigentlich umgehen. Was kostet mich ein Regal? Fünf, ne? Ein Regal. Achso, ist ein kleines Bücherregal. Fünf Bretter. Also ein Regal können wir uns noch bauen. Ich glaube, wir bauen uns mal noch eins. Mängel. Fünf. Und vier Nägel war das. Dann bauen wir uns noch ein Regal und da tun wir dann, wir müssen ein zweites Regal fürs Wohnzimmer haben. Wo wir halt so Zeitschriften und sowas reintun. Äh, da unten. Vier Nägel. Wo stellen wir das hin? Ich meine, hier ist unser Sofa. Ich glaube, dann packen wir das oben hin. Dann haben wir oben auch ein bisschen was zum Lesen. Oder wir packen oben sowas wie CDs oder so hin. Ich weiß auch nicht. Aber ja, wir stellen hier mal noch ein Regal hin. Bauen. Möbel. Bücherregal. Achso, ich muss so klicken und ziehen, ne? Um es zu drehen. So, mir kann ich nicht bauen. So, denn das packen wir jetzt so den Kram rein. Ich verstehe nicht genau, warum die ein Sternchen haben. Ich dachte, Sternchen heißt, ich habe es noch nicht gelesen. Ich bin aber echt ein bisschen verwirrt. Medizin, Medizin. Hä, hier ist auch Medizin drin. Wie auch, ich dachte, hier wären Haushaltsgegenstände drin. Anscheinend sind hier keine Haushaltsgegenstände drin. Sind oben Haushaltsgegenstände? Ja, oben sind Haushaltsgegenstände. Okay. Oh, wir haben hier sogar noch so Sachen, die wir hier nicht rausgeholt haben. Dann holen wir die hier doch mal raus. Das ist auch erste Hilfe, ne? Jetzt gehen wir mal rüber. So, nein, stopp. Weiß nicht, was das gerade war. Weiß nicht, was passiert ist. Irgendwas weird ist, das ist passiert. Kann ich das Badetuch auch zerreißen? Nein, das kann ich nicht zerreißen. Genau, hier können wir nochmal ein bisschen aufräumen bei Gelegenheit. Und hier kommt der Mob jetzt mit rein. Und der Schwamm. Ein bisschen Medizin haben wir noch. Und die Bücher-Sachen, okay. Bücher sind hier hinten. Oh, hier können auch noch Kisten drauf. Kräuter-Sammler haben wir zwei. Elektronik haben wir zwei. Ingenieur haben wir zwei. So, ich... Ich brauche immer noch das Autohandbuch für Schwerlastmodelle, also für Trucks. Das ist das Wichtigste, was ich brauche. Das ist mega nervig, dass ich das nicht habe. Keine Ahnung, vielleicht mal ein paar Garagen durchsuchen oder so. Nachdem ich jetzt so viele Wagenheber gefunden habe auf einmal plötzlich. Brauche ich unbedingt dieses Rezept. Ich glaube, es ist ein Magazin oder so in Wirklichkeit. Und die haben das falsch übersetzt. Aber ich brauche das Rezept für Schwerlastautomobile. Ich das nicht habe. So, Beta-Blocker und Vitamine. Das kommt da rein. Stoffhetzen kommt in die Umhängetasche. Und das ist Müll. Ich glaube, Chibi gehört nur zu, Juppie. Zumindest reagiert sie, wenn ich was sage. Aber manchmal reagiert sie länger nicht auf den Chat. Wahrscheinlich macht sie irgendwas. Ich muss das mal ausmachen. So. Wir haben die Bandagen müssen noch da rein. Hier gehen noch Bandagen, aber hier auch. Okay, super. Die können wir verteilen. Weg. So. Die Bratpfanne, die haben wir aus Versehen mitgenommen. Die wollten wir gar nicht mitnehmen. Wir können jetzt nämlich noch mal kurz ein bisschen. Hier ist noch Platz für Dosen, aber nicht viel. Ich muss nämlich hier mal kurz die Nahrungsmittel rausholen. Weil, damit ich da die Waffen reinpacken kann. Das nervt nämlich tierisch, dass ich hier am Anfang die ganzen Nahrungsmittel da rein tun musste. Das sind trockene Nahrungsmittel hier, genau. Guck mal, die tun wir da rein. Trockene Nahrungsmittel. Wir haben trockene Nahrungsmittel. Trockene Nahrungsmittel. Guck mal, hier ist noch mehr. Weiß nicht, was Gewürzgucken als trocken zählt. Ich würde aber mal behaupten, schon. Ja, er macht noch. Er macht noch. Okay. Pflanzenöl bis Zucker. Alles hier, oder? Ja, ich glaube schon. Weil da war kein Kochen dabei, ne? Nee. Kochen ist hier. Trockene Nahrungsmittel sind hier. Dosen kommen dann hier rein, wenn ich noch. Oder andere. Und hier ist noch Platz für Dosen. Gucken wir mal, wie viele Dosen wir loswerden. Wir werden alle Dosen los. Perfekt. Ah, wir können einen Getränkekarton machen. Guck mal, hier. Hier tun wir Getränke rein. Bier, Brause und Orangenlimo. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Brause und Orangenlimo sein soll, aber es scheint einen zu geben. Ja, alles super. Ist natürlich, darf nicht so machen. So, nimm mal ruhig, nimm mal ruhig alles, was du kriegen kannst. Sehr schön. Wie viel ist da noch drin? Einmal gehen noch. Passt geschafft. Kämpft Bärzig noch durch, Chibi? Dosen. Ach so, die wollten wir auch nehmen. Okay. Habe ich den mal machen können. Tränkekiste. Trockene Nahrungsmittel. Trockene Nahrungsmittel. Haben wir noch frische? Die habe ich vergessen. Müsli bis Schoki. Oh, noch ein paar frische Sachen. Das war ein guter Run, auf jeden Fall. So langsam haben wir halt wirklich genug von allem, würde ich sagen. Wir haben sehr viel, sehr viel Kram kochen. Guck mal, da ist wieder kochen. Ich würde schon gerne, guck mal genau. Wir nehmen mal hier die trockene Nahrungsmittel raus. Oh, das war jetzt nicht so viel. Ich hatte gehofft, da gibt es mehr. Und tun die für kochen rein, das ist ja witzig. Da geht nicht so viel. Okay, wir haben noch ein bisschen Platz. Dosenfrüchte, kann mir nichts drin zu suchen. Ne. Ach so, ich kann nicht. Dörfler. Beispiel. Ah. Aber Stale Taco. Ein Stale Taco kann nicht so schlimm sein, oder? Na doch. Ach, schade. Am Anfang habe ich mir mal Tacos gemacht. Die sind halt auch mega praktisch für unterwegs. ja aber guck mal super wir haben das schön verpackt hier noch irgendwo dosen die dosen haben wir hier ne wir haben jetzt die dose geht da rein ja wir packen mal noch kurz die medikamente weg ich muss hier unbedingt mal den trockener raum auf ich weiß halt nicht ob ich den trockener behalten soll oder nicht also weil ich man kann ja theoretisch benutzen aber ich habe ihn auch noch nie benutzt menge bücher eine menge müll cd case weg minkaufstaschen weg das day shit das schmeiße ich mal nicht mit auf den haufen das vergammelt dann kommen dann bestimmt ratten genau hier hinten ist meine hinten ist meine ratten ecke wenn es mal irgendwann dünn wird dann gehen wir hier ratten jagen das kommt alles nach oben was war das also das kommt alles nach oben das kommt alles in die ok 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 so bücher ich verstehe halt nicht warum kann ich die rezepte nicht lesen also ich bin mir jetzt ziemlich sicher dass Sternchen heißt ich hab's noch nicht gelesen genau ich bin mir mal wieder ziemlich sicher dass ich Sternchen heißt ich hab's noch nicht gelesen deswegen auch das hier eins darunter sind die bücher die ich gelesen habe Tischlerei Band 1 habe ich gelesen deswegen kein Sternchen so habe ich alle bücher weggepackt ja das heißt wir nehmen das wir nehmen das nehmen das und mir fehlen echt nur noch so ganz wenige obwohl elektrotechnik 45 erste hilfe 45 kann ich das lesen jetzt habe ich schon gelesen dann kommt das hier rein deswegen hatte das auch keinen Stern Elektrotechnik 45 haben wir alle Fischenband 3 Kfz 4 und 1 oder? ne 1 habe ich gelesen genau mir fehlen echt nur noch ganz wenige bücher zur not muss ich mir mal eine liste machen ich dachte eigentlich ich hätte die mod installiert aber anscheinend weiß ich nicht wie ich sie aktiviere ich glaube ich kann die bücher auch nehmen um Feuer zu machen was ganz praktisch ist dann im Winter ich weiß halt nicht ob die Sachen verschwinden im Winter äh unter Schnee achso wir wollten was sollten wir machen wir wollten die Sachen nach oben bringen da in das Regal dem Regal sind nämlich sehr viele Sachen Buch bis Zeitschrift genau was wir genau hier werden wir ein Bücherregal draus machen die ganzen Bücher kommen hier rein einfach so sind auch schon relativ weit noch ein paar Sachen im Auto die holen wir aber gleich raus hier noch ein bisschen Kram oh ja da hat mir noch sehr viel Platz Binnfaden bis Klebestreifen hier rein das Radio muss doch mal weg ey Batterie hier rein Näh ist jetzt glaube ich hier genau müssen wir mal wieder sortieren bei Gelegenheit oh ist voll ähm nimm mal irgendwas raus ach komm nimm die Nähsets raus und pack die Nähsets mal da rein so guck mal es wird doch langsam ist ein bisschen angestrengt muss hier wohl noch ein bisschen trainieren würde ich sagen Bierdose Orangenlimo hier ist voll hier ist noch Platz für so Sachen mhm weißt du was wir machen hier glaube ich ein zweites Dosenregal ups ja ich glaube das machen wir guck mal wir nehmen die Sachen hier raus und die auch zwar alle und dann tun wir hier die Dosen rein dann haben wir ein zweites Regal für Dosen hier drunter sind noch so Kochsachen und manchen sind hier einfach ein bisschen zu viel ja aber das ist okay das ist okay ja hier ist kochen kochen ist da nee kochen ist da da ist kochen wachs oder kochen und hier rein wir haben sehr wenig so Kochkram ich verstehe gar nicht warum Geschirrtuch ja Geschirrtuch können wir nicht zerreißen okay dann tun wir das Geschirrtuch mal hier hin und wir haben jetzt noch einiges an trockenen Lebensmitteln jetzt nicht übertrieben aber schon noch ein bisschen ja dann tun wir die Sachen zu kochen ich verstehe halt nicht so genau was der Unterschied ist also ich verstehe schon was der Unterschied ist zwischen kochen und Nahrungsmittel in dem Spiel aber ich habe das Gefühl kann ich Nahrungsmittel mal einfach so essen naja und kochen Sachen kann ich nicht einfach so essen ich kann aber mit Nahrungsmitteln kochen verstehe ja das ist der Unterschied okay genau ich kann so trockene Nudeln einfach trocken essen aber ich kann sie auch kochen verstehe das ist der Unterschied zwischen Nahrungsmittel und kochen Kochsachen kann man nur kochen und Nahrungsmittel kann man entweder nur essen oder kochen damit kochen und sie essen ein bisschen ja so ist es ja nicht auch nehmen wir alles ja mega ne das passiert wenn man wenn man den ganzen Tag nur sortiert und konzentriert sich ein bisschen auf sein Inventar aber die erste ich glaube die ersten beiden Familien das eine waren ja zwei Brüder und zwei Schwestern und dann waren es glaube ich nochmal Bruder und Schwester und dann kam ihr Bruder und das ist jetzt die letzte Überlebende aber sie war von Anfang an auch taffer als die anderen muss ich einfach sagen die hat es von Anfang an mehr drauf gehabt das hat man gleich gemerkt an die hat eine ganz andere Einstellung ne die hatten keinen starken Willen die hatten keinen starken Willen das hat man auch das hat man direkt gemerkt an an der Performance die sie abgeliefert hat ja definitiv schwaches Blut so wir sind jetzt auch die letzten Sachen die wir weg sortieren noch so ein paar Kleinigkeiten bisschen der Rest der so übrig geblieben ist ein bisschen durcheinander ist gleicher Ball Schweißstäbe ja alles so ein bisschen einzeln ist da noch Platz da ist noch Platz kriege ich die da rein ne die kriege ich da nicht rein dann tun wir die woanders hin komm wir tun die da hin Schweißstäbe aber ich habe jetzt wenigstens anständig Kisten für Nahrung in der Küche die sind zwar auch schon wieder fast voll aber zumindest habe ich sie gebaut so Klamotten ich weiß nicht was ich mit der Kita machen soll ich mach die mal hier rein ich dachte so Musikinstrument ich dachte ich kann die spielen aber ich kann sie nicht spielen ich kann damit auch nur Zombies platthauen wie mit allem in dem Spiel das schade ich dachte sie kann sich ein bisschen die Zeit mit mit Instrumentlern vertreiben vielleicht geht das auch irgendwie und ich habe es nicht hingekriegt aber ja ich habe es nicht hingekriegt so Müll das kommt nach oben beides so noch zwei drei Sachen weg sortieren und dann gehen wir nochmal raus und üben nochmal ein bisschen schießen warum ist der Schrank jetzt ach so ich muss weiter hin da Sportscharts hä ach kein Platz mehr sie hat sich auch sie hat sich auch echt schönen Kleiderschrank zusammengesucht sie lebt ihr Leben immer noch komplett ausgestattet mit ab und zu mal neuen Ringen oder so ach ja ich habe jetzt neue Ringe die habe ich mir noch gar nicht angeguckt ich habe jetzt so Rubinenringe und so sie hat sich richtig hat sich ja in den Villen richtig geilen Schmuck besorgt so jetzt die Bücher noch weg und dann gucken wir nochmal ob wir nicht ein paar schöne Ringe haben man muss das Leben ja auch leben ne man kann nicht nur den ganzen Tag stumpf Zombies schlachten man muss zwischendurch man muss sich man muss sich Hobbys suchen so Juwelen sammeln zum Beispiel das ist ein gutes Hobby Elektrotechnik 2 haben wir noch nicht gelesen geil kochen 3 haben wir Landwirtschaft 5 haben wir nicht geil das war gut das war ein guter Book Run was ich halt wirklich nicht verstehe ist wieso ich die das steht bereits gelesen aber die haben einen Stern das finde ich super weird das da überall steht ah ok jetzt weiß ich was sie mir bringen wenn ich die gelesen habe deswegen konnte ich auf einmal Molotow Cocktails herstellen weil ich irgendwas gelesen habe wahrscheinlich wo das drin stand nicht wahrscheinlich was mir halt fehlt ist dieses dieses eine das Autohandbuch für Schwerlastmodelle ich kann es nicht oft genug sagen weil vielleicht kommt es dann irgendwann automatisch zu mir aber ich brauche das unbedingt ich kann keine Autos reparieren solange ich das nicht habe ok warte mal ah ja ok warte passen 30 rein in meinen Rucksack passt auch 30 rein glaube ich das ist weird das ist weird aber so ist es oh da waren verrottete Sachen ja die will ich hier nicht haben warum warum habe ich denn hier so ah ja da sind auch so Magazine ich muss mal gucken ob man mit einem ob man mit den Büchern auch Feuer anzünden kann dann würde ich die Bücher nämlich nochmal anders lagern aber da muss ich nur daran denken dass ich das vor dem Winter mache ich denke mal es dauert noch eine Weile bis der Winter kommt ich bin glaube ich im Mai gestartet oder so ich kann mir den Monat aussuchen und ich habe den Monat Mai gewählt sehr schöner Monat sehr schöner Monat ja wir haben alles können wir gucken ob wir noch 9mm Patronen haben oh das kommt mal hier raus noch kommt das nehmen wir noch raus einmal wieder falsch angepackt aber es geht so ja ja ok hier ist noch eine ganze Kiste mit Dosen aber das lassen wir mal das ist nicht schlimm solange es eine Crate ist die komplett voll ist mit Dosen ist das ok ja und das passt doch super guck mal hier haben wir noch Kaffee und Mehl das ist voll das passt doch nicht so super das mit der Getränkekiste ist ganz cool da können wir uns richtig schön Getränke voll reinpacken irgendwo muss ich auch noch eine Kiste mit Getränken haben ich weiß nicht was ich mit denen gemacht habe ich hatte eigentlich schon mal alles mitgenommen ich müsste eigentlich Wein im Haus haben und Bourbon und Bier ich habe ziemlich viel Bier mal irgendwann mitgebracht kann ich das lesen nein 2 kann ich fischen lesen nein man kann ich Kfz kann ich natürlich nicht lesen kann kochen man 2 lesen so lesen wir das Buch ja 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 gut sehr gut ich weiß nicht warum mein Chat manchmal ich glaube wenn da oben dieses diese Anzeige beim Chat umschaltet dann sieht das immer bei mir aus als hätte jemand was in den Chat geschrieben und dann und und dann und und dann und dann und dann das auch Ja, genau. Fertig gelesen. Sehr schön. So, hier sind die gelesenen Bücher rein mit den gelesenen Büchern. Erste Hilfe Band 4 können wir, glaube ich, noch nicht lesen. Das haben wir, glaube ich, auch nicht. Erste Hilfe fehlen mir noch 4 und 5. Das kann ich mir, glaube ich, merken. So. Ach ja, wir wollten mal gucken, wie es mit Kfz-Mechanik aussieht. Da ist ja unser Wagenheber. Ich glaube, dass... Ja, wir wollten mal hier ein bisschen rumreparieren. So, wie machen wir das? Das... Ich muss erst an die Motorhau... Ich habe das ja noch nie... Ich habe es noch mal probiert, ein paar Mal. Aber da ich es nicht konnte, habe ich dann wieder aufgehört. Und weil ich keinen Wagenheber hatte. So. Motorhaube. Okay, dafür brauche ich Kram. Den habe ich nicht. Metall. Ich habe... Ich glaube, ich habe... Habe ich Metall... Also Metallplatten habe ich... Ich weiß nicht, ob ich kleine habe. Ich weiß, dass ich extra mal welche mitgenommen habe. Das sind, glaube ich, große, ne? Das sind große Metallplatten. Ich weiß nicht, wo meine kleinen Metallplatten sind. Hier sind sie nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich welche mitgebracht habe. Oh, hier ist noch eine ganze Kiste mit... Mit Dosen und Essen und... Was war das für ein Geräusch? Jetzt ist immer das Geräusch. Ich weiß nicht, wo meine... Muss ich noch mal Metallplatten holen? Ah, die sind oben beim Material, würde ich sagen. Ich glaube, die sind oben beim Material. Ich bin zwar relativ gut organisiert, aber ich habe auch so viele Sachen, dass ich... Es gibt so viele Sachen in dem Spiel, dass ich damit auch erst mal klarkommen muss. Aber ich kann nicht die Kiste wechseln, während ich da Sachen raushole. Metallschrott brauche ich nicht. Ich habe 10 kleine Metallplatten. Oh, guck mal, 16 kleine Metallplatten. Ne, das sind Metallplatten. Kleine Metallplatten. Laken. Und die Metallplatten lagere ich mal vor der Tür wieder, wie die anderen. Ich hoffe nicht, obwohl ich gehe stark davon aus, dass im Winter, wenn Schnee fällt, dass die Sachen dann... Entweder bis zum nächsten Frühjahr nicht mehr zugänglich sind, oder man halt wissen muss, wo sie liegen. Deswegen sortiere ich die auch so anständig hier an die Seite. Sehr gut, und jetzt noch große Metallplatten. Ja, und ich brauche die. Kleine Metallplatten, keine Ahnung. Ich nehme mal... Ich nehme mal 6 mit. Und jetzt gehen wir mal gucken, wie das mit dem Auto aussieht. Das würde ich nämlich schon gerne noch mal ein bisschen lernen, wie das funktioniert. Und sonst, Juppi, wie geht's dir? Motorhaube, 0%. Repariere. Warum eine Metallplatte, eine Metallplatte, zwei kleine Metallplatten, hä? Ich hätte alles. Warum kann ich die nicht reparieren? Hm. Ja. Heißt gut. Ich... Dafür brauche ich Skill und Schrauben. Schrauben brauche ich also. Schraubenschlüssel. Intermediate Mechanics. Ja, ich... Ist halt echt blöd. Ohne das Rezept kann ich nichts machen. Okay, Kreuzschuss. Hol mal den Kreuzschuss. Also, das heißt, du arbeitest noch dran. Besonders am Schlafrhythmus. Juppi. Ich hoffe, du arbeitest dran. Das mit dem Kfz-Skill ist echt so eine Sache. Ich brauche halt dieses eine Buch noch. Dieses eine Kfz-Buch. Das ist halt wirklich ärgerlich, dass ich das nicht habe. Achso. Ne. So. Also, wir fangen mal an mit Reifen. Mit vorderer, rechter Reifen einbauen. Ah. Okay. Was haben wir hier? Schwerlast. Regulär Schwerlast. Nehmen wir mal einen. Und dann versuchen wir den mal einzubauen. Dass er die dann immer zumacht, wenn sie eigentlich auf ist. Nervig. Aber okay. Auch ein bisschen realistisch. Genau. Guck mal. Perfekt. Endlich können wir was machen. Okay. Kann ich die Bandage abmachen? Ne. Sie ist einfach. Oder kann ich die mittlerweile wieder abmachen? Ich glaube, ich kann die mittlerweile wieder abmachen. Was mich immer noch interessiert ist. Wenn es steht genäht und grün, dann ist das einfach so, ne? Ob die Bandagen mich schützen. Oder ob die auch meine... Ob die quasi mich auch behindern gleichzeitig. Irgendwann... Achso, sie ist nicht so fit, weil sie ist ausgelaugt. Sie muss mal ein bisschen genäht. Naht entfernen. Ah. Achso, gekratzt. Okay. Das brauche ich nicht nehmen. Ah ja. Faden. Faden. Ich habe den Faden entfernt wie beim Arzt. Und dann ist das so ein bisschen offen. Das macht Sinn. So. Was können wir beim Auto noch machen? Ich brauche eine Luftpumpe. Okay. Machen wir ein bisschen weiter mit dem Kfz-Kram. Warum kann ich... Ach, ich habe so viele Metallplatten. Ich lege mal hier ein paar Metallplatten hin. Äh. Zielen. Damit ich mich wieder bewegen kann. Ich kann mich wieder bewegen. Aber sie muss sich echt mal ein bisschen ausruhen. Und vor allen Dingen muss sie was essen. Sie hat doch was. Ne, das haben wir schon gegessen. Okay. Dann gucken wir mal nach ein paar Erdbeeren oder so. Und ruhen uns mal eine Minute aus. Einen Apfel. Also erstmal eine Banane. Erstmal einen Apfel. Erstmal eine Banane. Wieder müde? Ja. Okay. Ist gute Zeit. Einen Bierrhythmus wieder ein bisschen in den Griff gekriegt. gut ist das ja guck mal wenn sie müde ist und ausgelaugt dann können wir gleich ins Bett gehen ach ja ja aber läuft echt besser diesmal läuft viel besser diesmal wir basteln jetzt ein bisschen am Auto rum kriegen wir denn noch extra skill fürs Auto ja ne ja kriegen wir auch noch vielleicht so bis zwei wir können ja probieren ob wir auf Stufe 2 kommen bei Kfz ach sie wacht wieder 3.30 Uhr auf Mensch Mädel ach ja wir brauchen wir brauchen noch Luftpumpe und nen so ein Werkzeug halt fürs Auto Luftpumpe eins nehmen und so Maulschlüssel oder wie das hieß genau Schraubenschlüssel das sind glaube ich die einzigen beiden Sachen die wir nicht hatten und dann basteln wir einfach noch ein bisschen rum bis es hell wird und dann fahren wir nochmal raus und schießen uns so ein paar Zombies so die können wir nicht reparieren wir können die nicht mal ausbauen weil wir nicht das Rezept haben Motor reparieren können wir nicht weil wir nicht Mechanicskill 5 haben ok das dauert ein bisschen wir haben angeblich keinen Schraubenschlüssel aber sind wir zu schnell weggelaufen ne da ist er da Schraubenschlüssel haben wir Luftpumpe haben wir ah ja ein Kreuzschlüssel das haben wir jetzt alles hier oben im Inventar ne wo ist mein Kreuzschlüssel wo ist der hin braucht man pro braucht man einen Kreuzschlüssel um ein Autorad zu montieren und dann ist der weg das glaube ich nicht oder ne ich habe ihn in der Hand ok alles gut bremsen schlechten Zustand regenerative Begrenzung des Haarzeugs intermediate Mechanics ok ich kann die Reifen nicht mehr ausbauen doch ich könnte die Reifen ausbauen ok aufpumpen ah die Reifen sind einfach ziemlich die sind nicht mehr so fit die Reifen Zustand 41% verstehe und dann geht er irgendwann kaputt ok Kraftstofftank ausbauen Kraftstofftank muss leer sein ich habe noch nicht herausgefunden wie ich den Tank entleere ah da wäre eine Glühbirne da wäre eine Glühbirne wir brauchen vier Glühbirnen aber Glühbirnen habe ich auch nicht so viele Intermediate Mechanics ich weiß halt nicht wie wir jetzt weiter kommen ich glaube man kann die Autobatterie sehr oft ein- und ausbauen aber das bringt mich nicht weiter weil ich was ist das ja genau ich kann die Batterie ganz oft ein- und ausbauen und kriege jedes Mal ganz wenig Skill aber ähm bringt mich bringt mich weiter ja die hinteren Reifen sind echt platt so wie sieht es aus mit dem Kfz-Skill nee gar nichts gebracht ohne das Buch kann ich halt nicht viel machen ja ohne das Buch kann ich nichts machen mit den großen Autos muss das mal wieder so machen dass es alle sehen können eigentlich wie sieht es hier aus ganz gut ja Mensch aber wird ja hoffentlich gleich hell wie sieht es denn eigentlich mit dem Auto aus mit dem sieht es glaube ich nicht so gut aus leider das ist halt echt super zum Looten da passt unglaublich viel rein ich glaube 600 oder so hat der Kofferraum ok dem geht es gar nicht so schlecht was ist das aha der Bumper ist kaputt ok ich kann sogar Armor einbauen ok aha ja Intermediate Mechanics ohne das Buch kann ich nichts machen bisschen unverständlich da halt die anderen beiden Bücher gelesen hat aber so ist das halt ich kann halt nichts machen mit irgendeinem von den Lieferwagen so ok dann tun wir mal das Autowerkzeug wieder hier auf den Rasen damit Schrauben schließen dann haben wir es beim nächsten mal direkt alles haben wir noch eine schmutzige Bandage kommen das ist egal wie voll ist meine Reisetasche die ist schön 9 ist völlig ok ja dann würde ich sagen fahren wir los hey Bert ach schön dich zu sehen ich habe gehört du hast heute auch einen guten Stream gehabt ja bisschen Eldenring gezockt hat Spaß gemacht bist du gut vorangekommen ja bisschen Scale gelevelt und so ja aber ansonsten geht es mir es geht mir gut wunderbar also könnte nicht also weißt du so ein Tag wie heute Mensch also wenn wenn jeder Tag so wäre wie heute dann ja dann wäre es schwierig aber sonst super super alles toll Mensch unglaublich glaubst du nicht ach du ja mal ich weiß ich weiß dass du meine Streams magst deswegen bist du doch so oft hier Spielprinzip du hast das Spielprinzip verstanden also du meinst bei Eldenring draufhauen draufhauen möglichst krasse Waffe haben und dann möglichst draufhauen oder meinst du das mit den Rolls dass du dich rollen musst wenn wenn du die Dings Frames hast wie heißen die naja diese diese Frames halt wenn du dich rollen kannst wenn er dich nicht schlagen kann aber ja ja ich war vorhin auch ich hab vorhin kurz zugeschaut also muss sagen super also wirklich also wie oft bist du noch gestorben eigentlich hast du dein bist du jetzt schon drüber ich denke mal du bist schon drüber deiner wusstest du dass man Eldenring auch Koop spielen kann das wäre doch was Mensch wir beide Eldenring aber es ist leider nicht so einfach ist ein bisschen dumm gemacht ach siehst du eigentlich wollte ich Chibi auch sagen dass sie mit dir dasselbe machen soll aber komm weißt du ach komm lass ach komm lass ja weiß ich nicht ne heute ne heute war so heute ist so ein Tag weißt du wie gesagt heute heute ist okay einmal vielleicht ja 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 ich wollte gerade sagen da siehst du da haben wir uns ne aber da musst du warten bis er wieder was sagt und ich weiß nicht ob er nochmal was sagt aber wahrscheinlich schon er ist bestimmt jetzt im Bad oder in der Küche und wenn er kann ich das zocken ich höre die Geräusche ich höre die Geräusche aber ich kann es nicht spielen ja ja also wenn er nochmal was sagt dann ja er hat ja auch mal 10 Sekunden gemacht was auch noch witziger ist ist einfach direkt nach dem dem was geschrieben wurde für eine Sekunde so dass es einfach nur ist als hätte derjenige nie was gesagt das ist auch nicht schlecht 10 Sekunden ist aber auch ziemlich nervig Tranchiergabel habe ich glaube ich nicht ich glaube ich habe auch keine Grillbürste ich weiß nicht wofür weil ich habe keinen Grill aber ja falls ich es noch nicht mitgekriegt habe ich bin so ein kleiner Horter stale, stale, stale die ganzen Sachen die ich finde sind immer stale mittlerweile das ist doch scheiße hier ist eine Menge hier ist eine Menge ich glaube ich will hier gar nicht reingucken Teebeutel Kaffee Kondensmilch Zuckerpaket Kondensmilch denke ich hier ist so viel Kram mein Pfeffer und Salz ist schon gut das geht nämlich immer schnell weg weil ein wenn man kocht so ein Pfeffer ist immer einmal kochen dann ist der Pfeffer weg Muffinblech Stieltopf habe ich glaube ich auch nicht Backblech habe ich glaube ich nicht Cookie Jar oh ja mit Keksen aber die sollten nicht verrottet sein Senf habe ich glaube ich auch verrottete Mayonnaise sowieso warte warte das ist das ist schon das ist ein ganz anderes Levelbär warum 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 denn also was ist denn hast du ja ich wusste das auch vorhin aber was soll ich rumdiskutieren mit dir es hätte ja nichts gebracht sobald ich was geschrieben hätte wäre es wäre es verschwunden also dann höre ich doch irgendwann auf zu tippen und gehe woanders hin so in meinen eigenen Stream zum Beispiel hä aber übertreib doch mal nicht so komm das mit dem H-Zone musst du auch mal ein bisschen einstellen die anderen Sachen kannst du alle sagen aber das mit dem H-Zone musst du einstellen echt unbedingt und du kennst meine Mom ja gar nicht und zweitens das ist schon sehr viel und außerdem habe ich dir gesagt dass ich einen Friseurtermin hatte ich hatte heute einen den ich auf morgen verschoben hat weil Dinge passiert sind über die ich gerade nicht sprechen möchte die die sehr unangenehm sind in meinem Leben gerade und deswegen musste ich meinen Friseurtermin auf morgen verschieben das ist doch witzig siehste ich habe heute auch mit meiner Mom telefoniert ich meine die Hälfte von deinem Text ist witzig aber das Ende von deinem Text ist nicht witzig also das ist wirklich das ist in keiner Welt ist das Ende von deinem Text lustig schmutzige Bandage aus dem Mülleimer ziehen und waschen und sich dann um eine Wunde wickeln ich weiß nicht aber ja nächstes Mal hast du deine Mom angerufen nächstes Mal kannst du deine Mom gerne grüßen ganz lieb also nicht nicht so sondern grüß sie mal lieb von mir ja ich hatte mit Chibi ja vorher schon abgemacht dass wir das machen aber ja achso das war es wert zumindest auch ja das zu Recht das haben wir doch schon gesagt ab wenn sobald ich 20 Viewer habe rede ich nicht mehr mit Bär das ist doch der geheime Plan ne die anderen sind mir egal gestern sind ja noch so ein paar da gewesen dieser Nuxi Duxi und dieser Low Bro oder wie der heißt bei Bär tut es mir weh weißt du warum weil weil ich weiß dass Bär nicht mit mir redet sondern mit sich und dann weißt du ich würde ihn auch gerne einfach mal dann in den Arm nehmen und sagen Bär es ist nicht deine Schuld aber das geht nicht weil es so weit weg ist und Juppi du müsstest doch jetzt schon verstanden haben das also hast du glaubst du das Bär also da hast du es nicht ganz durchschaut ich weiß das ich hab es gelesen ich hab es ja ich hab das wurde es wurde gelöscht nach einer Sekunde als ich es geschrieben hab aber ja es ist mir dann aufgefallen ich hab dir auch schon den Stream gewidmet nur anders als du mir ach apropos Stream gewidmet ich muss mal auf meinen Titel gucken ah mein Titel ist noch manchmal manchmal ändert sich mein Streamtitel in so komischen weirden Shit ich weiß gar nicht was da los ist der Titel klang nicht so aber ich glaub ich glaub Juppi ist noch Juppi ist noch verwirrt also es sind glaub ich alle von dir verwirrt inklusive dir ich sag ja auch ich glaub dass das so ne Juppi ich glaub das ist bei Bär ne oh ne Art von Tourette also weißt du bei Tourette ist es ja so die sagen ja nicht alle Schimpfwörter oder so oder die den ganzen Tag ficken oder scheiße sondern Tourette bedeutet dass du dass dir die Schranke fehlt zwischen das mach ich jetzt und das mach ich jetzt nicht manche Tourette Menschen schubsen auch die ganze Zeit Kinder in Pfützen oder so und ich glaub bei Bär ist das so ne Art von Tourette er kann halt nicht anders er kann sich nicht er kann dann nicht anders er macht das dann einfach weil sein Kopf ihm sagt mach das jetzt und niemand da ist ja 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 genau der Filter ist halt weg und da bin ich mir ziemlich also ich hab das Gefühl dass das dass da was dass da sowas mit drinnen rein spielt weil weil es auch so springt weil es so zwischen ja wie geht's dir und du bist doch ein Vergewaltigungsopfer weißt du das sind so die Sachen sind so gegensätzlich das oh mein Benzin das ist schon heftig manchmal manchmal erschreckt man sich ja richtig es ist nicht so dass mich das so juppi also es ist nicht so dass mich das so trifft ne sondern ich erschrecke mich ich erschrecke mich über den Inhalt den ich lese oder höre manchmal bin ich ja auch bei ihm im Stream da ist es ja genauso wenn er dann weiß dass ich da bin oder nicht wahrscheinlich ist es auch so wenn er weiß dass ich nicht da bin aber dann bin ich ja nicht da dann höre ich es nicht I-Frames jetzt ist es mir eingefallen ähm bei Elden Ring muss man sich viel rollen während der I-Frames ne das daraus basiert das Spiel eigentlich du rollst dich hast I-Frames und dann schlägst du das Monster und du brauchst eine richtig fette Waffe und ich glaube um mehr geht es bei Elden Ring nicht aber schön schön dass du dass du weitergekommen bist Bert das freut mich wir hatten bisher eigentlich auch einen ganz netten Stream also wirklich nett selbst Chibi war ganz gut aber ich glaube Chibi hat das gut getan dass sie heute dass sie heute bei dir im Stream so austeilen konnte ja das was was hast du ich wiederhole es jetzt nicht alles das tut mir dann leid und dir hoffentlich auch und ich fahre viel zu schnell dafür dass hier so viel Nebel ist ich habe mehr so mehr so auch über Bert geredet das brauchen wir ja auch nicht wiederholen dann ja ich wünsche euch eine angenehme ich habe übrigens gesehen ich glaube ich weiß mittlerweile was hier spielt aber es ist mir es wird mir jeden Tag egaler das ist völlig okay ich habe damit auch nicht gerechnet ehrlich ehrlich gesagt wenn ich jetzt auch Eldenring gespielt hätte dann würde ich sagen das ist nicht nett aber heute habe ich auch nicht damit gerechnet gut das war witzig guck mal die sind alle so schön aufgerechnet wenn ich Zelda gespielt hätte hätte hättest du hättest du hättest gespielt hättest Zelda jetzt hättest also ich habe Zelda aber ich weiß nicht wo Zelda ist ich suche nach Zelda ich suche schon sehr lange nach Zelda dafür dass ich keine Nebenquests mache suche ich unglaublich lange nach Zelda ach so falls falls niemand weiß was hier los ist wir wollen hier oh wir wollen hier hin gut dass wir nochmal auf die Karte gucken wir wollen nämlich hier hin wir müssen zurück und abbiegen wir wollen gucken ob das eine Militärbasis oder ein Gefängnis ist ich das Bert ich würde das weird finden wenn du das machst weil ich möchte nicht dass du in solchen Momenten an mich denkst und zweitens glaube ich dir das nicht weil du keinen Sex hast nicht wahr ja 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 warst du mal ne als du auch als du mal unter 30 warst das lässt halt dann auch stark nach alles es ist echt neblig alter so neblig war das noch nie ne so alles auch alles so so night performance party performance work performance quasi so alles ist das ne bank economy room ah das ist ne ein ein dings ein motel ach hier ist auch auf der Karte ach so ich kann jetzt auch wieder auf die Karte kommen perforieren meinst du du hast dich verschrieben aber ja dieses Aussie diese Aussie dieses dieses Aussie Osborne Foto von der Party das da hab ich dich auch da hab ich dich da hab ich dich auch da hab ich es erkannt da hab ich es gesehen da hab ich dich gesehen weißt du da geht die Reise hin Bert da geht sie hin oh shit was ist denn hier los alter nicht passiert dir keine Scheiße perforierungsstation ja du durchdringst alles und alle aber hast du also das mit Aussie Osborne das hat richtig gut gepasst da geht genau da geht deine Reise hin optisch und mental der war jetzt also muss ich selber für die Zeit muss ich mich selber loben macht man ja nicht aber ja hat Aussie auch du Aussie hat auch Haare ja guck mal das jetzt immer wenn du so immer wenn du nicht schreist ne und nicht richtig krass beleidigst sondern wenn du solche Sachen sagst so Sachen von denen du wo du dann dann weiß ich dass ich dass ich dich auch getroffen hab das ist dann so ein das ist so eine Bestätigung dafür dass ich was dass das weißt du dass es angekommen ist so warte mal wir müssen mal nee heute ist auch wirklich nicht der Tag ups Chibi warum schreist du denn jetzt wieder rum du hast doch spiel doch in Ruhe weiter hast du verloren beim Schach oder was du sollst es nicht mehr sagen ja aber du musst du musst ja aufhören wenn ich zu dir einmal sag ey du kannst alles sagen aber das nicht musst du das ja ernst nehmen siehst du das ist nämlich schon schlimm und Chibi immer wenn er das Wort immer wenn er das H Wort sagst dann musst du ihn timeouten ich weiß du kannst nicht die ganze Zeit drauf achten was er sagt aber bitte immer wenn er das H Wort sagt musst du ihn timeouten weil ich das ich will nicht dass er das sagt ja okay so geht's auch Herbert ist Nestle Supporter die Nestle Supporter sind ist doch diese deutsche diese deutsche Politikerin ah es ist es ist eine es ist eine riesige Polizeistation oh Gott es ist eine riesige Polizeistation gefüllt mit Zombies nee es ist Prison okay okay ich lag richtig okay jetzt sind wir am Prison und es ist immer noch so hartneblig und hier sind so viele Zäune und ich muss durch das Gebäude durch um da rein zu kommen und wahrscheinlich komme ich auch nicht richtig rein in die Polizeistation war auch so ein Gefängnis und das war krass abgeschlossen ich sollte was essen gehen bist ein klein wenig hungrig übertreibt man nicht du bist darüber rede ich ja nicht im Stream also ups das macht man halt nicht finde ich ja 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 du machst viele Dinge die ich nicht mache nicht wahr ja war lustig ich muss wieder zu den gelben Gebäuden zurück oder zu den anderen daneben also ich habe das Gefühl ich verstehe auch nicht warum als wären die Zombies irgendwie härter geworden also so die Köpfe oder so weil ich überfahre schon die ganze Zeit ja Zombies und aber so seit seit ein paar Tagen also seit ein paar Streams jeden Tag kommt mir das vor als würden die Zombies sehr sehr schnell mein Auto kaputt machen wenn ich sie vorwärts überfahre das hast du mich vorhin schon gefragt dann wollte ich normal mit dir reden und dann oh Gott was hat die ihn gefressen das habe ich auch noch nicht gesehen hat er gelebt ne hä hat die ihn gefressen wieso saß die das Zombie-Chick an dem Typen dran und hat an ihm geknabbert warte kurz warte kurz nein ich will den Silberring gib mir den Silberring danke was hatte der hatte noch irgendwas weirdes ja alles voll bezogen ja wie gesagt das hatte ich ja vorhin schon gesagt kein Abendruch hat auch nicht zugehört das heute war so ein ganz schlimmer Tag so richtig übel so übel dass ich eigentlich gar nicht drüber reden will also schon so mehrere Sachen so ein Tag wo so mehrere richtig heftige Dinge passieren wo du so denkst boah krass wegen der Sache ist dauert es jetzt ein paar Wochen und direkt danach passiert noch was wo du denkst nicht ernsthaft können wir wieder einsteigen bitte danke ach Chibi das war das war fast schon ein bisschen ne süß darf ich nicht sagen dann rastest du komplett aus ne ähm das war das war lustig aber er hat ja gut du nimmst deinen Job ernst okay das muss man jetzt auch muss man zugestehen dass du ihn ernst nimmst über andere darf er das H-Wort sagen aber das wäre irgendwie auch nicht konsequent wenn ich so vergehe ne er soll es halt im Endeffekt nur nicht zu mir sagen ich will nicht dass er mich so nennt aber ja das stimmt schon du kannst das ruhig du kannst das ruhig komplett unterbinden ach Bärte sagt das ist nicht das ist nicht gut wenn sie das macht wie viel Schutz das ist ja dein du es ist ja egal warum halt und außerdem hab ich ja so nen Schutz die hab ich ja bei dir gut weil du hast du mir gesagt ich soll aufhören was zu dir zu sagen und hab ich gesagt okay wenn du das ernst meinst dann sag ich das nie wieder zu dir und dann hab ich's nie wieder zu dir gesagt und ich will nicht dass ich so genannt werde von ihm weil er meine Mom nicht kennt Bärte so aber nochmal ich hab so im Moment krass Probleme mit meiner Hausverwaltung so richtig mies so die wollen mich so richtig mies ficken und ich weiß noch nicht mal genau warum also es ist so ein bisschen dass ich mich frage warum denn und das geht gerade so ne 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 so ganz andere Sachen ne ne auch nicht ne ne so die wollen mich halt ficken und ich weiß nicht warum so WG Kram hier und so so richtig so ist auch schon alles beim Mietverein und beim Anwalt und so aber das geht schon ne Weile hin und her und es wird grad schlimmer statt besser ich hatte halt gehofft dass es besser wird und aber so richtig so mit so ach egal so ich wie gesagt ich will jetzt auch gar nicht drüber reden weil ich versuche nicht dran zu denken sondern es müssen halt auch andere Leute klären als ich weil ich kann es ja nicht klären weil die das alles direkt abgegeben haben ohne mit mir zu reden so ein bisschen ernst quasi schon so mit viel kosten und dass ich nur so sage also ich weiß nicht so richtig was los ist eigentlich weiß nicht was das Problem ist aber ja ist grad nicht so geil wo war denn das mit den sexuellen vorlieben wo war denn dieser witz mit dem ach ich hab grad so eine Rick und Morty Folge gesehen da hat Rick Morty vollgelabert warum er ein Pornhub Profil hat und dann hat Morty eine lustigste Sprüche ever abgebracht Morty hat halt gesagt weil erstens der Algorithmus dann besser deine Vorlieben kennt und die dann bessere Videos zeigt aber er meinte der eigentlich Grund ist dass wenn du in einer Partnerschaft bist könnt ihr eure Kings teilen indem ihr euch gegenseitig eure Porn Profile zeigt dann braucht ihr nicht drüber reden sondern der andere weiß einfach was Sache ist und da musste ich gerade dran denken weil ich dann dachte das ist eine wirklich gute Idee ist Kink ist eine starke Vorliebe aber man kann das schon relativ gleichsetzen du kannst es halt auch für normalere Sachen benutzen du musst es nicht für die dollen Sachen benutzen du kannst ja auch sagen kuscheln ist mein King dann ist das so gleichzeitig ist kuscheln ja dann aber auch deine sexuelle Vorliebe weißt du wie ich mein ich weiß schon was du meinst aber also ne ja kann auch kannst das kannst das so trennen also man kann es auch trennen man kann es aber auch nicht trennen ich bin hier in so einer Stadt die hat ganz viele Zäune und ganz viele Zombies chibi kuscheln ist für dich Sex ja da du keinen Sex hast macht das total Sinn also macht es wirklich gibt es gibt es auch so kuschelsexuelle sowie asexuell gibt es bestimmt auch kuschelsexuell ziemlich sicher gibt es das wer hat ich sagte ja nicht mal wann ich das letzte mal gv hatte was für ein beschissenes Wort dann sag ich dir ja nicht meine Vorlieben oder also warum oder ich kann die Frage ja mal zurückgeben warum willst du das wissen heute ist es den ganzen Tag neblig wenn es neblig ist ne ich hab kurz ich musste kurz nachdenken bis ich dann drauf kam was du damit meinst meinst du ne transsexuelle oder ne hermaphrodite kommt darauf an es gibt auch hermaphrodite ne die dann die haben dann auch noch weibliche geschlechtsorgane aber das ist deine frau mit einem penis nein ich muss ja die ich muss ja wissen was du meinst ist auch eine polizeistation okay das ist also interessant hier sind also warte mal das markieren wir gleich mal irgendwas was aussieht wie Feuerwehr Polizei ach komm mach mir Waffe hierhin mit welchen beiden sachen wert meins du penis das war glaube ich der zombie den ich nicht hätte überfahren dürfen ne geht nochmal an okay es geht nochmal an ich muss hier es wird wirst du wieder müde bist du bist du wieder rollig gerade ich habe das gefühl du bist rollig und ich habe das gefühl yuppie mag das nicht wenn wir so reden ich glaube yuppie mag das vielmehr wenn wir uns alle lieb haben und dieser haufen von zombies da der sagt mir es ist eine total beschissene stelle hoffentlich hat das geklappt ich glaube nicht dass das geklappt hat hä das hat er doch er hat das vorhin angesprochen chibi ist dir das ist dir das nicht aufgefallen yuppie hat es schon ziemlich direkt angesprochen aber yuppie hat so flammen flammen bärchen geschickt das flammen bärchen heißt die welt brennt aber die welt brennt weil das bärchen niedlich ist ich weiß und zu welcher tierfamilie gehört der rote panda bärt sag du es mir das war eine frage zu welcher tierfamilie gehört der rote panda gut dass wir drüber gesprochen haben das ist chibi das ist echt super das ist wie so automod stimmt ich kann das wort ja auch einfach auf die verbotene liste packen das mache ich mal bei gelegenheit in allen varianten mit allen buchstaben des alphabets an zweiter stelle damit er nicht auf die idee kommt das mit y oder so zu schreiben okay ich muss den scheiß nebel loswerden muss unbedingt den nebel loswerden wie läuft denn eure schachpartie so also jetzt ernsthaft gefragt einfach nur so wie es läuft internationales schachmatch wieder ich gehe stark davon aus ich muss ein Haus finden und ich muss einen Tag chillen weil ich ich bin jetzt endlich hier bei der bei der area wo ich hin wollte aber es ist einfach zu neblig wo bin ich wo bin ich wo bin ich ach da ja ok so was ist das für ein Haus ist das wieder eine Kirche ich glaube nicht dass es eine Kirche ist ne danke hier sieht es besser aus ne ich gehe mal auf ich hoffe mal drauf dass es nicht so viele werden ein wenig hungrig ich höre immer noch welche ich glaube das war sie ok nein da ist noch einer nice unangenehm heiß es ist so warm ich ist aber nichts nass ich verstehe nicht was klamm ist ihr ist ihr ist sehr oft sehr warm und klamm das ist wahrscheinlich auch so ihr sie schwitzt wahrscheinlich schnell viel das haben ja manche Menschen dass die schneller schwitzen als andere jetzt wieder Ruhe ach so ihr habt doch nicht gesagt wie es wie es mit dem schachspiel läuft seid ihr so vertieft in euer schachspiel jubi und schibi oh god heute so stressig dass ich echt nicht richtig gegessen getrunken hab das ist nicht gut langsam wieder spät aber ja mal gucken wie lange nicht ewig heute wie lang sind wir schon drei stunden naja geht ja auch noch ne so ach gucki verstehe okay das habe ich gesehen wann die mich gehört haben wenn ich dann auch wenn ich jetzt hier weg schleiche ja obwohl ich schleiche okay ich muss anscheinend noch besser werden im schleichen oh oh was war das nichts passiert okay das war glaube ich die naht ne ja die ist jetzt auch okay so gucken ob die irgendwas dabei haben naja die haben oft nur silber schon mehr so gold lieber gold genau herring hä so nichts okay stimmt die anderen habe ich noch gar nicht abgesucht also noch ein paar goldring mit diamant das sehen wir immer gern kelle wollte jemand gerade garten arbeit machen so goldring und kleine silber krio na kommen die wir mit leichtfüßig genau genau den skill ich muss wahrscheinlich wirklich mehr schleichen ja ich weiß halt nicht mehr welche ich brauche und welche ich nicht brauche elektrotechnik 3 könnte ich brauchen kfz 3 bin ich mir fast sicher dass ich die nicht brauche aber nehmen wir mal mit kommen schon wieder ich habe mich kurz gefreut ich dachte das wäre es total 4 oh man ich dachte echt das wäre es warum hat eigentlich so ich habe die anderen schon oft gefunden warum habe ich noch nie für schwerlast modelle gefunden nimm das alles ach so es war zu schnell ne ja komm trägt man eine limo so genau isst man ein paar erdbeeren ist auch seltsam dass sich die erdbeeren so lange gehalten haben erdbeeren halten sich immer nur einen tag egal wie frisch sie sind mega nervig ananas ananas ballern geil schön milch trinken noch eine limo hinterher ja bringt bringt noch eine limo hinterher komm ja ja tunfisch sardinen gepökeltes rindfleisch und wie immer Pfirsiche und hoch fruchtcocktil so sind für sich das geilste auf der welt immer noch freue ich mich immer sehr wenn ich die finde mhm hä warte mal achso da hinten ein schlafzimmer genau da rein und dann natürlich was haben wir hier und eine knarre ich meine wir haben haben wir schon aber ist okay hatten wir eigentlich was in dem schwarzen auto tja ich glaube wir hatten paar sachen aus dem anderen haus in dem schwarzen auto gepolzerte hose klingt gut ist nichts für den sommer aber klingt gut und was ist da noch da komme ich nicht ran komme ich nicht ran ne ok den schlafen mal ach ne wir sind gar nicht müde ja warst du fertig vorhin ach ich wollte schlafen weil mir die zeit vergeht wenn ich mich hier rausruhen auf dem boden sitzen hier ist langweilig ja ich weiß äh lies doch mal was hier lies mal dass es 12 Uhr mittags war aber warum ist es so dunkel weil es draußen also weil ich drinne bin ja weiß nicht wo mein Auto steht ich glaube da schräg oben ne aber das sind mir eigentlich zu viele ja das sind mir zu viele wenn ich irgendwann Katana finden möchte muss ich mich ein bisschen mehr anstrengen ne ja die haben ich auch gehört wenn ich Katana finde muss ich mich anstrengen und ich glaube es waren wirklich Sachen in dem schwarzen Auto aber ja stimmt ich da gab es auch keine Diskussion solange es nicht das eine Auto buch ist was ich brauche geht es lieber weg das war auch schlechter moment mit dem breakdown von dem lieferwagen obwohl wir wollen das Auto gar nicht ne wir suchen uns ein anderes so wir wollen geradeaus und links ok links am Ende der Stadt in der Stadt sind aber auch echt viele Zombies das ist krass die stehen halt auch wirklich immer in so relativ großen Gruppen was schönes großes Haus ne schöne große Häuser in der Stadt das ist wahrscheinlich auch Absicht dass hier mehr Zombies spawnen weil hier richtig Loot am Start ist da ist ein Lieferwagen das ist ein Tank Wagen das ist halt so ein kleiner Lieferwagen könnte ich auch das ist großer dafür sollten wir einen Schlüssel haben das ist auch wieder fast Marsch das ist doch Mist mein jetzt ich meine ich könnte den nicht hier schon richtig an der richtigen Ecke ja guck mal aber ich weiß was wir machen wir schnappen uns den Tank Wagen als wir reinkommen wir haben immer Probleme mit dem Einsteigen und damit fahren wir sie alle platt stimmt von so ich habe noch mehr Tankwagen sehe ich oft von den Tankwagen kann ich mir den Stoß kann ich mir die Sachen abbauen die mal bei meinem Auto kaputt gegangen sind ist halt leider weil das Spiel so programmiert ist sie fahren die Zombies auch nicht besser kaputt als ein Lieferwagen also ein Lieferwagen ist fast noch effizienter schon wegen seiner Form ist der Eimer komplett rüber gefahren und nicht tot mal gucken wie viele hier sind das müsste ja die polizei das andere gebäude weiß nicht welches gebäude das hier ist wird schon langsam gucken dass wir nochmal in die polizeistation reinkommen und dann machen wir jetzt auch auf den Heimweg glaube ich tot tot ne jetzt Und Panzer. Okay, wenn man Zombies kaputt fahren will, falls es nicht obvious ist, ich empfehle euch den Panzer. Es ist witzig, dass der hier neben dem Justizgebäude steht. Okay, jetzt sind wir hier, jetzt haben wir sie auch geweckt. Wir dürfen halt nicht so weit rausfahren quasi von unserem Spot hier. Dann passiert nämlich das, jetzt kommen da von rechts oben noch welche. Klar, irgendwann sind wir fertig mit Zombies überfahren, aber... ...dass es nicht so weit rauskommt. Oh Gott, es kommen immer mehr von rechts. Und die hier, die wollte ich sowieso überfahren. Die brauche ich auch, aber ich brauche die nicht, die von rechts kommen. Hier ist das Gebäude. Ja, hier ist die Polizeistation. Hier will ich rein. Das heißt, eigentlich muss ich nur alle überfahren, die jetzt hier sind. Ja. So kann man das ausdrücken. Ich bin jetzt stabil unterwegs. Ups. Es sind aber auch ein paar Zombies unterwegs heute hier. Vielleicht sollte ich mal gucken, dass die einen größeren Haufen machen. Und dann so langsam drüber fahren. Der Panzer hat ziemlich viel Power. Also dem ist es egal, wie groß die Gruppe ist. Und ich glaube auch nicht, dass die da reinkommen oder so. Fährt halt einfach los. Fährt drüber. Wie lief euer Match? Oder läuft es noch? Ich habe eben schon gefragt, aber es hat keiner geantwortet. Das sind aber auch viele Zombies, ey, ne? Oh, so langsam wird der Haufen größer. Das merkt man, wenn das Auto so anfängt gleich zu tilten, wenn man über den Haufen fährt. Und immer noch eine Schande, dass Überfahren nicht als Kill zählt. In der Statistik. Ich habe schon sehr, sehr viele Zombies überfahren. Unglaublich viele Zombies. Habe ich mir dann gedacht, deswegen habe ich schnell gefragt. Aber anscheinend seid ihr immer noch ingame, ja. Typischarke her. Typischarke her. Cachetk hitler. Typischarke her. Typischarke her. Typischarke her. Es sieht aber besser aus. Jetzt lichten sich die Reihen, da kommen noch ein paar von oben. Lassen die mal auflaufen hier. Ich hab alles genug. Ja, genug Fuel. Und Batterie. Ich bin glaube ich eine neue Stelle suchen. Auf der Stelle liegen zu viele Zocken, dass da keiner nicht mehr so gefahren. Da rutschen die Panzerketten wahrscheinlich durch, wenn er so anfährt von dem ganzen Zombie-Matsch unter den Ketten. So, es kommen immer noch welche von oben. Es kommen ganz wenig noch von rechts, aber es kommen einige noch von oben. Ich verstehe gar nicht, warum keine von links kommen quasi, von der Polizeistation. Soll ich mal ein bisschen weiter nach links fahren? Ich weiß nicht, dass da noch viele sind. Oh Gott, ey. Na gut, wenn sie aus den Gebäuden rauskommen, ist das ein Vorteil. Dann sind sie nicht mehr drin. Es kommen echt viele von oben. Es sind ganz schön viele Polizisten dabei gewesen, die ich überfahren habe. Also, wir werden ein paar Waffen abfallen. Ich hoffe ja auf Schrot-Munition. Ich verstehe nicht, wieso viele von rechts kommen. Da ist eigentlich ein Gebäude. Also, eine Gebäude-Front. Wir fahren hier mal ein bisschen rüber. Wo ist denn überhaupt der Eingang? Ah ja, hier. Na, kommt mal alle her. Guck mal. Wir erklären das jetzt hier auf dem Parkplatz, Leute. Es sind ja nicht unendlich. Der Panzer ist schon ziemlich stabil, muss ich sagen. Aber es war gut, dass wir die gefunden haben. Es war gut, dass wir die gefunden haben. Oh ja, das ist angenehm. Guck mal, es werden aber auch weniger, ja. Jetzt halt gucken, dass ich die von hier unten alle rausziehe. Dass mir hier keiner in die Polizeistation hinterherläuft. Oder halt nicht 20. Wird aber auch wirklich. Wird aber auch wirklich, ja. Jetzt sieht mir ein bisschen nach dem letzten Schwall aus. Dass da von rechts so viele kommen, ist halt... Ich meine, vielleicht ist der Panzer auch echt laut. Das kann sein. Dass da wirklich viel Krach macht. Und dass sich alle von ihm angezogen fühlen. Ich merke gerade, ich habe gar nichts zu trinken hier. Das ist nicht gut, das, ey. Ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, auch nichts zu tun. Einen Tee kaffen oder so. Oder Wasser trinken. Leitungswasser ist aber nicht so meins. Ich will in die Polizeistation rein. Hier, guck, da ist Polizeistation. Und... Aber... Sieht gut aus. Ich glaube wirklich, dass das hier so der letzte Schwall ist. Wenn dann noch so einzelne gleich kommen, ist das nicht so schlimm. Aber ja, von... Von rechts kommen halt so viele. Ich weiß nicht warum. So wie ich das aber mitbekommen habe, respawnen die Zombies auch nicht. Was ja auch unrealistisch wäre. Also quasi... Mein Gesamtziel wäre ja dann die Map von Zombies zu befreien. Ich weiß halt nicht, ob die nach einer sehr, sehr, sehr langen Zeit wieder respawnen. Das muss ich mal nachlesen. Aber bisher... Ja genau, so... Da wo ich wohne, habe ich ja alles umgebracht in der Umgebung. Und da sind auch keine Zombies mehr. Und da sind auch nicht... Es ist nicht so, dass auf einmal wieder einer vor meiner Tür stand oder so. Sondern in dem... In der Area gibt es halt keine Zombies mehr. So, guck mal. Jetzt sind das wirklich nur noch so einzelne. Von oben kommen halt noch einige. Muss ich mal gucken, dass ich den Panzer mal... Dass ich mal so... Ich kann die auch weglocken. Ich fahr mal so hier rüber und dann... Oh Gott, ich wollte... Ich wäre so gerne mal durch den Haufen gelaufen. Hier sind sehr viele Polizisten im Haufen. Munition ist wirklich... Ist jetzt nicht mehr so rar wie vorher. Aber Munition ist schon sehr rar. Also die 9mm habe ich heute auch ziemlich schnell verballert. Irgendwie 50, 60 Stück. Oh Gott, was ist denn hier los auf einmal? Wo kommen die denn alle wieder her, Mann? Die kommen von oben? Oben ist doch gar nichts. Ich verstehe das nicht. Aber zum Glück ist der Panzer echt stabil. Was halt, wie gesagt, was echt nervig ist. Dass das nicht als Kill zählt, ne? Okay, jetzt sind es aber auch echt viele Zombies. Jetzt habe ich ein bisschen Probleme zu fahren. Zum Glück ist das ein Panzer. Ich würde gerne wissen, vielleicht kann man da irgendwo eine Special-Statistik... Vielleicht kann man da gucken, wie viele Zombies man überfahren hat. Okay. Wie gesagt, zum Glück ist das ein Panzer. Ja, da komme ich auch nicht mehr durch. Da würde ich auch ungern in der Mitte sein. Was ich jetzt... Ja, mich auch mittlerweile. Also wenn die mich um... Ich glaube, die könnten mich stoppen. Ist ja auch logisch, wenn es richtig, richtig viele sind, können die mich stoppen. Oh, ich hätte so gerne jetzt so eine Rohrbombe oder so dabei. Ich hatte... Ich habe vorhin... Ich habe mir Molotow-Cocktails gemacht. 15 Stück. Ich brauche dafür nur eine Flasche Whisky und ein Stück... Ein Stück Stoff. Aber ich habe auch kein Feuerzeug dabei gerade. Ja, ich mache das anders. Ich lock die alle hier hin und... Oh, der Panzer hat keine Hupe. Wie überraschend. Ich dachte, der Panzer hatte eine Hupe. Und dann haue ich ab. Also mit dem Panzer. Dann fahre ich einfach einmal ums Haus. Ich lock dich hier so zum Wald. Ich will ja nicht mit Anlauf reinfahren. Weil dann bleibe ich vielleicht drinnen stecken. Also ne, dann laufen welche vor meinen... vor meinen Panzer und dann komme ich nicht mehr raus. Was? Das sind sehr viele. So viele Zombies hatte ich bisher noch nicht. Um mich rum. Ich hätte wirklich gerne irgendwas, was ich da reinwerfen kann. Ja, ja. Auf dem Untergrund kann ich nicht so gut fahren. Aber guck, ich fahre jetzt mal eine große Runde. Ich fahre jetzt so weit wie möglich von denen weg. Und wechsle auch das Auto. Weil das Auto ist glaube ich wirklich sehr laut. Dann mache ich mal einen ganz großen Bogen. Und guck mal, ob da vor der Polizeistation immer noch so viel los ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe die weggelockt. Ich habe mir hier irgendwo auch einen Lieferwagen bereitgestellt. Nur ich weiß nicht mehr wo. Weil ich die ganze Zeit so viele Zombies überfahren habe. Moment, der Lieferwagen geht auch. Aber hier geht echt nicht so viel rein. Ich glaube da oben. Nee. Die hören mich aber nicht. Die hören mich nicht und sehen mich nicht. Das ist gut. Ja, ich guck mal, dass ich jetzt mal in die Polizeistation reinkomme. Wie viel kann ich hier reinladen? 109 ist echt nicht viel. 109 ist sehr wenig. Die packen wir mal raus. Die Rough Box. Dann machen wir die mal leer. Kleber. Kleber. Kleber ist relativ selten. Wahrscheinlich, weil der so schnell austrocknet. Kleber finde ich echt selten. So. Ab in die Rough Box. Achso. So. Ab in die Rough Box. Genau. Kofferraum machen wir auch nochmal leer. Wind fahren können wir auch behalten. Die andere behalten wir auch mal. So. Und die Rough Box. Nehmen. Nehmen. Da. Gegenstand platzieren. Ne. Ne. Nicht platzieren. Geh mal weg. Schreifraum. Box rein. So. Wir fahren ja noch ein Stück. So, jetzt fahren wir vor die Polizeistation und gucken mal, ob wir da leise reinschleichen können. Das mit den Geräuschen ist echt gut gemacht. Also, wie man sich verhalten muss, das ist wie in der Folge Walking Dead, das fühlt sich immer genauso an. Ja, guck mal, da ist offen, da kletter ich durch, das Ding dumm ist, oh, das ist auch eine Tür. Wenn ich, ich verletze mich relativ schnell, wenn ich durch kaputte Glasfenster klettere. Mittlerweile sollte sie es eigentlich gelernt haben, aber anscheinend, ich weiß nicht, ob das ein Skill ist oder ob das einfach so ist. Wenigstens ist sie gut im Überzäune klettern. So, weil wir wollen jetzt in der Polizeistation halt nochmal gucken. Ach, danke, Nanux. Erstmal hallo und willkommen im Stream. Ganz schön spät, noch wach. Also, ob wir sind noch wach, aber... Einfach nur so noch wach? Lange gearbeitet? Lange unterwegs gewesen? Dass du noch wach bist? Achso. Das mit dem Englisch, ja. Du verstehst das schon. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Das habe ich noch nicht verstanden. Das geht halt nicht. Gibt es den Code irgendwo? Vielleicht, ne? Was nicht so geil ist, kann ich damit interagieren? Was? Haben lange nicht mehr gelevelt. Wir bauen einfach mal ein bisschen was auseinander. Echt lange nicht mehr gemacht. So, okay. Das ist also... ...nochmal ein kleines Gefängnis, obwohl da hinten schon ein großes Gefängnis ist. Ach, wahrscheinlich ist das die... Quasi so die Landing Station. Also, die bringen die Gefangenen erst hierher, checken die dann ein. Und dann werden sie ins richtige Gefängnis gebracht. Ah, ja. Danke. Nanux. Und jetzt liegt da... Ja, okay. Realistisch. Jetzt liegt da Glas. Okay, wenn das aber auch so eine Station ist, wo die... ...wo die Leute ankommen... ...dann bedeutet das wahrscheinlich auch, dass jetzt hier nicht die Bude voller Waffen ist. Gehe ich stark von aus. Oh, sie wollte wahrscheinlich ihren Mann besuchen. Das tut mir leid. Deinen Mann habe ich vorhin schon plattgehauen. So. Noch einer von diesen Besuchern. Die nerven richtig. Oh, oh. Sag mal, was beißt du mich denn? Oh. Unglaublich, ey. Schon wieder etwas durstig. Warum? Was ist los? Vergessen, die Flaschen aufzufüllen. Das ist nicht gut. Ich habe aber Orangen-Limo. Etwas hungrig. Etwas hungrig. Ach, ich bin halt einfach an dem Wohlergehen meiner Zuschauer interessiert. Besonders, wenn es Freunde von Bert sind. Frische Grapefruit. Dosenfelsiche. Ja, Mann. Wir ballen uns ein paar Dosenfelsiche rein. Naja, alles ist. Ja, ich musste kurz drei Zombies umbringen. Und mich heilen. Sorry. Nächstes Mal werde ich mehr darauf achten, dir schnell zu antworten. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Ähm. Ich bin satt, aber ich bin schläfrig. Schläfrig ist nicht gut. Keine Vitamine. Ich habe... Hörst du mal auf damit? Nee. Ja. Also... Also es wird auf jeden Fall Waffen geben. Ich brauche halt unbedingt Schrotmunition. Das ist schon sehr wichtig. Okay, gut, dass wir beide so... in der Türanimation gehangen haben. Das hätte schief gehen können. Danke, besorg es ihm mal. Okay, können wir mal aufstehen, dann können wir besser kämpfen. Oh, sie ist... Ja, ja, sie ist nicht mehr fit. Sie ist nicht mehr fit. Ja, sie ist nicht mehr fit. Lass mich mal weg. Ey, 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 ey. Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, Chibi, es ist passiert. Ging, das ging nicht. Also es geht dann nicht. Du bist dann so stuck. Das ist keine Axt, das war ein Vorschlaghammer. Ja, es ging. Ich habe die ganze Zeit auf Schubsen gedrückt, aber anscheinend war das auch so eine weirde Animation, weil die so... Die haben sich immer so... den 45-Grad-Winkel abgewechselt, mich festzuhalten. Keine Ahnung, ich habe es ja... versucht, ich habe ja nicht... Ich habe ja nicht gedacht, okay, ich bleibe mal stehen jetzt. Sondern ich bin halt... Ich habe versucht, den richtigen Winkel rauszulaufen, aber es ging nicht. Und gleichzeitig habe ich versucht, den, der mir näher stand, zu schubsen, aber sie hat nicht mal geschubst. Nehmen? Was meinst du mit Nehmen? Kannst jetzt nicht nachstellen und prüfen, was du meinst. Ich habe die Leertaste gedrückt, zwischendurch. Ab und zu habe ich auch versucht, zuzuschlagen, aber als ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr schlagen... Ja, genau, ich wollte schlagen. Ich wollte zuschlagen mit dem Hammer, ja. Aber ich spiele auch erst seit einer Woche knapp. Hm. Ja, sie war eine gute, Juppie. Das stimmt. Juppie, du kannst doch nicht deinen Hass an den Zombies an mir auslassen. Hey, ja, ich sehe... Ist mir klar, dass ich werde jetzt einen neuen Charakter machen und zurück in diese Welt gehen. Sie war nur echt gut. Sie war echt gut. Ich kann ja meine Stats jetzt nicht mehr angucken. Kann ich nochmal... Kann man irgendwann sich die Stats von den Toten angucken? Ich glaube, da gab es so eine Option irgendwo, dass man gucken kann, wie geil sein Charakter war. Ach, Mann. Aber das habe ich schon von allen gehört, dass das... Der Sinn des Spiels... Also das ist, sagt er ja auch im Tutorial, der Sinn des Spiels ist halt schon zu sterben. Ich hole mir mal ein Glas Wasser. Und dann überlege ich mir, ob ich noch einen Charakter mache heute. Macht eigentlich keinen Sinn, ne? Weiß ich auch nicht. Wir wollten noch das Nintendo direkt. Da wollten wir mal reingucken. Das war ein Glas Wasser. Ich habe gerade gar nichts mehr zu trinken. Und dann noch ein Glas Wasser. es regnet immer noch voll doll bei uns also relativ doll aber es hat nicht einmal gedonnert heute oder einmal geblitzt es regnet jetzt einfach straight seit vier stunden durchgehend das sollte auch gar nicht so sein also das stand nicht im wetterbericht ich bin bisher immer in so kack situationen gestorben glaube ich auch dazu ich bin glaube ich noch nie in so einer zombie menge gestorben oder sie haben mich umringt oder so übermannt es waren immer ein oder zwei ich glaube aber ich kann ich kann sie ich kann ja ich kann kann ja hin und sie begraben ich kann ihr ein würdiges ende geben so ist das spiel chibi so ist das spiel das ist hast du schon mal jemand anderen geguckt der es gespielt hat es ist wie bei walkie es ist halt wirklich es ist das ist macht das so ist es wie bei walking dead du gehst du stehst du morgens auf und gehst raus und du weißt nicht dass du derjenige bist der nicht mit zurückkommt ich auch was denkst du denn guck mal guck mal wie dumm ich gestorben bin es waren so zwei ja die waren schon sie sahen auch schon ein bisschen stabiler aus die beiden jungs jetzt ich habe so lange alle zombies draußen umgebracht bin extra von der seite leise reingeschlichen ich war topfit ja die beiden sahen schon ein bisschen stabiler aus die sind jetzt nicht mehr im bild der eine typ der eine typ war schon der war bestimmt ja stark ja ich bin gestorben ich sehe es ich liege da ich bin ziemlich tot traurig so das war gar nicht fertig bin nicht in west point ich bin mit mal dort mal dort mal dort mal dort mal dort ob du willst man ich muss mal muss es mal schlaflos raus aber die losigkeit raus und stärkere stärke sind zehn kann ich nicht hinzufügen ich glaube es ist ja resistent habe ich rausgenommen weil ich ja immun bin was auch da ja so aber schnell leser brauche ich nicht ne heiler ist gut er ist etwas gut schnell lernen ist gut ich habe jetzt noch zwei was für zwei kann man sich nichts kaufen oder ja oh das ist gut das sind alles ganz gute sachen mensch machen wir denn machen wir schneller inventar gegen die stände bewegen besser bei nacht sehen dam aus stahl das sind eigentlich die beiden sachen ich glaube inventar gegenstände besser bewegen da ich sowieso nicht der fan davon bin nachts rum zu rennen in einer welt voller zombies ich finde das nicht ich finde das nicht sinnvoll so dann bauen wir uns mal ein ne die nennen wir bob guck mal das ist doch kutschi wie du hast mich was mache ich immer im dunkeln rum ich war da nicht im dunkeln unterwegs es war hell das sieht so aus weil die sachen dann immer dunkel um dich reden wir es war nicht dunkel wenn es dunkel ist es dunkel ist alles schwarz dann siehst du nur in diesem nur in diesem vor dir so hautfarbe ist nicht so ist mehr so hautfarbe der hat sehr viel brustbar wie sein namensvetter auch wahrscheinlich haarty bis zurückweichen gibt es lang lange wir hätten gerne lange dunkle haare mittelscheitlinge kranji guck mal das ist doch kann man ab bad körper machen guck mal schnäuzer da wird sich jemand freuen ja das passt ne gefällt dir die chibi unser bob bezaubert aber untätig achso er ist untätig ist schon der richtige bart ist glaube ich glaube ich auch die richtige frisur ist noch grunji lang glatt und lang nee grunji ist besser nee nee das war gut das war gut am anfang stoppen ja grunji so wir starten ihn noch mal aber wollt gleich noch ein bisschen nintendo direkt mit euch durchskippen und gucken was die so erzählt haben ist nach ordner draußen die schnauze ist es yo ich bin schon hier ist irgendwie so eine start area hier ist anscheinend so eine area wo wenig zombies sind hier startet man immer dann ja ich mal rüber halten die hat auch gott jetzt wenn man dann wieder spielt fällt einem schon auf wie weit man eigentlich war aber so ist es wohl anscheinend ist es so ja ich muss sie glaube ich auch begraben das ist es sind wir schuldig sind wir schuldig ich höre zombies ist nicht gut schlaftabletten kommen ein so Ich weiß nicht, ob die mir jetzt für immer folgen. Ich glaube nicht, ne? Hat die eine Axt im Rücken. Ah, die Axt, meine Axt habe ich auch verloren, die hatte ich auch dabei. Ich finde, der Charakter ist mir wirklich gut gelungen, ah, so muss ich sagen, der ist mir wirklich gut gelungen. Wie liegt, ob ich da rüber gucke? Ich weiß nicht. Das ist meine... Nicht gut, nicht gut, dass die Alarmanlage angeht, glaube ich. Ich gehe stark davon aus, dass das nicht gut ist. Naja, hier war ich schon. Ach, die ist echt laut, die Alarmanlage, die ist echt laut, die hört man nicht weit. Guck mal, gefällt dir? Gefällt dir? Also, Nanux, erkennst du, wem ich Bob bezaubert nachempfunden habe? Mir ist es auch erst am Ende aufgefallen. Also, erst nachdem ich den Namen vergeben habe und den Charakter gebaut habe, ist mir aufgefallen, dass es eine gewisse Ähnlichkeit hat mit jemandem. Das war gar nicht, war gar nicht beabsichtigt, das war so Zufall. So, hier muss ich abbiegen, ne? Hier wohne ich, ja, hier wohne ich, ja, hier wohne ich. Ich muss echt nochmal einen Zaun bauen. Ach, das ist so ärgerlich, ey. Das ist so ärgerlich. Ne, das ist ja, also, er wird sterben. Er wird sterben. Oh, ich habe sieben Schachteln mit Schrotpatronen. Das ist, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. So, wir packen mal kurz die Sachen weg. Das ist kein Platz, doch, für CDs ist da immer Platz. Und das ist ja dann, wenn die Person stirbt, mit der ich spiele. Dann ist es ja so, ne? Dann ist sie dahin. Saftpäckchen. Voll. Ach ja, hier ist noch Platz. Dose, 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 Chips und Butter muss nicht in den Kühlschrank. Halte ich für keine gute Idee, aber okay. Dose, 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 Gewürz, Marinade, Schafelsauce, so. Oh ja, das ist, das ist voll der geile. Sachen im Menü schneller bewegen kann ich nur jedem empfehlen. Das ist ja cool. Man kommt drauf an, wo die Vorlieben sind. Ich sammle gerne Dinge. Äh, mega geil. Ich muss teilweise gar nicht mehr vorskippen, weil es so schön schnell geht. So, Schlaftabletten. Ich sollte einfach so 5 Packungen Schlaftabletten nehmen und sie fressen. einfach so um unserem letzten Charakter nochmal so die Ehre zu erweisen. Einfach zu sagen, nee, in dieser Welt will ich nicht sein. Das sind noch Bretter. Warum sind hier 5 Bretter drin? Wer hat denn 5 Bretter in der Kiste, Alter? So, ist es hier noch irgendwo Essen? Hier sind noch Dosen. Hier passt doch bestimmt noch eine rein. Ja. Genau 40, wie geil. So, äh, Kiste ist voll. Kiste ist leer. Kiste, warte mal. Die ist voll. Die ist leer. Das, das, das. Wir machen also eine Munition, wir machen eine Munitionskiste gleich mal und eine Waffenkiste. Und dann nehmen wir uns die Schrotfinder oder so und machen einfach ein paar Zombies rund. Einfach nur aus Hass. Hast du dich ein bisschen beruhigt, Chibi? Geht's dir wieder ein bisschen besser? Also mir geht's auch nicht gut. Das ist ein gemeines Spiel. Aber quasi ist, also das Ziel des Spiels ist zu sterben. Also es ist echt weird, aber das ist das Spielkonzept. Das Spielkonzept ist, dass du stirbst. Was ist denn dann das Spielkonzept? So habe ich das verstanden. Ich habe nämlich nachgeguckt. Natürlich sollst du, äh, ja, du weißt, was ich, du weißt aber, was ich meine. Ich spiele das Spiel seit einer Woche. Ich habe heute gelernt, wie man nachlädt. Weil ich auch nicht, gucke mir keine Videos dazu an, gar nichts. Ich habe nur das Anfangs-Tutorial gespielt. Mehr nicht. Das macht schon Sinn, wenn man es dann halt noch nicht kann. Also, da bin ich mir mit dir einig, dass ich es nicht so gut kann. Weil ich habe es halt auch erst vor kurzem angefangen. Ich hoffe, Chibi, du bist noch nicht ganz weg. Ich hoffe, du bist nur sauer auf mich. Weil das ist, dann ist ja auch gerade wieder Normalzustand dann halt, ne? 2, Gewicht 2, habe ich irgendwas super leichtes. Na gut, aber die Kiste ist voll. Ich habe 2 Kisten mit Trockensachen. Ich hatte hier noch irgendwo noch eine Kiste mit Dosen, glaube ich. Ja, genau. Mit so Kram, ja, da kann das rein, super. Aber Reis geht doch da rein, ja. Ist auch fast voll geil. Aber das heißt, heißt es auch, da kommt richtig viel bei raus, wenn die so viel wiegen. Ich meine, wenn es getrocknete Linse ist und die 2 wiegen, dann muss da richtig viel bei rumkommen. Ungekocht fertig gerichtet, ungekocht fertig bekommen. Aber hier ist alles richtig, ne? Ja, sieht gut aus. Obwohl, warte mal. Ich weiß, was wir machen. Wir holen die Dosen hier raus und tun sie zu den anderen Dosen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Und dann kümmern wir uns jetzt auch noch um die Waffen. Genau, hier sind noch Dosen. So zwischendurch trifft es mich dann immer wieder. Dann merke ich wieder, okay, sie ist wirklich tot. Sie ist gestorben. Ich kann nichts dagegen tun. Es tut dann weh. Dann tut's weh. Ah ja, hier ist der Murks drin. Wir nehmen jetzt die Magazine und die Munitionssachen und tun sie in die mittlere Kiste. Magazine und Munitionssachen in die mittlere Kiste. Patronen, Magazine, Patronen, Magazine, Schachtel, 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 Schrotpatronen. Ja. Oh, welche Kiste, was denn jetzt? Scheiße. Nix auf den Boden kommen. So, und dann nehmen wir die Kiste. Ist es? Ne, die. Oh, das ist ja alles durcheinander. Tut das mal dahin. Ah ja, guck mal, hier tun wir den Kram rein. Der Motorradhelm hat hier nichts verloren. Bombe, Lärmerzeuger, Rohrbombe, einzelne Schuss, Sturmgewehr, Turmgewehr, Turmgewehr auf dem Boden. Acht Schrotflinten, okay. Ah ja, guck mal, da ist eine Munitionskiste. Falsche, 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 falsche Kiste. Zu viele Kisten, ja, es sind zu viele Kisten. Die dritte von oben ist jetzt die Munitionskiste. So, die Munitionskiste. Die vierte von oben ist die Kramkiste. Zielferienrohr, Glasfaserfreundschaft, Waffengurt, vierte von oben. Halfter, vierte von oben. Die zweite ist Waffen. Waffen, Munition, Kram, Munition. Die dritte. So, und in der ist Essen. Okay, hä, es müssen sechs sein. Es sind sechs. Essen, nichts, Kram, Munition, Waffen. Waffenkiste ist fast voll und eine ist leer. Das heißt, aus der, aus der die fast leer ist, machen wir die nächste Waffenkiste. Zweite ist Waffenkiste. Zweite ist Waffenkiste. Okay, Floor ist... Magazin. Dritte ist... Genau, das macht er jetzt immer so. Okay, dritte ist... Dritte ist Munition. Oh, da geht schon nicht mehr alles rein. Das ist geil. Das heißt, wir haben gut Munition. Zweites Waffenkiste. Sehr viele Schrotflinten. Die wollen auch gar nicht mehr rein. Okay. Ja, die Schrotflinten weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das Sachen vergammeln, wenn ich sie in den Garten lege. Glaube nicht. Ich habe noch nichts gesehen, wo so stand Decayt oder so, oder verrostet. Aber ich habe auch noch nichts irgendwo rumliegen sehen lange. Also meine Waffen lege ich lieber nicht in den Garten. Warum ist die Munitionskiste? Die ist schon voll. Das kommt auch da rein. Ja, die ist voll. Was haben wir denn noch hier? Schachtel mit 9mm. 0,2. Die kann da rein. 0,6. Nee, die geht da... hä? Magazin. Vielleicht sollten wir auch eine Magazinkiste machen, aber... Ja, vielleicht sollten wir auch eine Magazinkiste machen, ne? Aber wir haben ja jetzt auch nichts mehr. Also ist alles gut. Was haben wir hier? Kram. Menge Waffen. Menge Waffen, ey. Das geht ja auch ganz gut. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Das machen wir doch mal. Wenn wir die hier schön irgendwo hinlegen. Guck mal, den Scheiß nehmen wir auch mal mit. Nehmen das mal. Aber wir können auch so eine Box einfach leer machen und da... Da passt 60 rein. Laber nicht, ey. Wie geil. Nimm mal alles. Was? Das wusste ich ja nicht, dass da 60 reinpasst. Meine Waffenkiste. Machen wir eine Waffenkiste draus. Fertig aus. So, was ist hier? Müll. Oh, wir haben die Mord. Schutzbrille, Staubschutzmaske. Müll, Pastry, Plastik, Taschentuch. Gummibandel, Windfarb. Komm, schmeißen wir einfach hier hin, wenn wir es brauchen. Und wo wir sonst... Warum ist meine Wasserflasche nicht mehr... Ach... Mann, siehst du, da fällt es einfach wieder auf, wenn ich so denke... Hä, warum habe ich meine Wasserflasche? Warum die gar keinen Stern? Ja. Warum hat meine Wasserflasche keinen Stern? Das ist hart. Das ist hart. Das ist hart. Das ist hart. noch mehr so Mist, ja. Nimm nochmal alles. komm. Und nimm das mal auch, ich ziehe das mal, und ist es dann auch dahinter, ja es steht hinter der Wand, ne, ja, anständig hinter der Wand, genau, was ist das, roadside kit. Ja, das wollten wir nochmal ausräumen, ne, Waffen, ja, Waffen, 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 was ist hier drin, hier ist glaube ich nichts drin, ne, ist Essen drin, ja, immer ist hier Essen drin, naja, hier können wir hier in die beiden, packen wir nachher noch Waffen rein, ne. Ist eigentlich auch nett, die so aufzureihen, ne, aber ich glaube, das geht nur auf den Boden, ich kann nicht oben irgendwie, ups, ich bräuchte so einen großen Tisch oder so, aber es steht nicht so richtig nebeneinander, ich bräuchte so eine lange Tischreihe oder so, und dann kann ich die da drauf aufreihen, aber wir packen die jetzt erstmal weg. Irgendwo hier war ne Kiste mit Schlagwaffen, ich weiß nicht mehr wo. Ob ich die aufgelöst hab? Ich dachte eigentlich, ich hätte irgendwo ne Kiste mit Hiebwaffen. Ja, da. Man wäre aber auch sechs Schrotflinten, aber ich meine, wir leben in ner verdammten Zombie-Welt. Wir machen ne Kiste nur mit Schrotflinten. Ah, eine Kiste, eigentlich nur Pistolen, wir brauchen nur ne dritte Kiste, wenn wir noch eine finden, nehmen wir noch eine mit. Dann machen wir ne Kiste nur mit. Also jeweils mit, eine Kiste mit Handfeuerwaffen, eine mit Gewehren und eine mit Schrotgewehren. Ja, okay. Ich muss mal sehen, die Möwe weg. Okay, richtig können wir die hier rausnehmen, ne? Nehmen wir die Pistolen hier raus und tu die mal in die Pistolenkiste. Ist ne gute Idee. Dann sind die schon mal so halb sortiert. Nehmen wir das Gewehr da raus. So, und jetzt alle Pistolen da rein. So, und das Gewehr zurück in die Gewehrkiste. Ja, das ist ne gute Idee. Ich weiß auch nicht, was man, was man, wo ist die voll? Ist ja nervig. Ich weiß halt auch nicht, was ich jetzt noch machen könnte heute. Ich muss halt, ich muss halt morgen wieder leveln, ne? Ich hab halt, ich weiß halt auch noch nicht, wie man mit Fernsehern, ich hab das halt gesehen, dass man mit Fernsehern ziemlich viel machen kann. Das hab ich halt noch nicht verstanden. VHS haben wir ja relativ viele. Bücher lesen, VHS gucken. Aber ja, ich hab wie gesagt, ich weiß halt nicht genau, wie das geht. Ich hab nur gehört, dass es geht. Aber ich hab keine Ahnung, wie. Naja, den ganzen Schmuck hab ich ja auch verloren. Da müssen wir ein bisschen was anziehen, ne? Bauchnabel-Piercing. Einmal, wo trägt man ne Uhr? Am linken Handgelenk. Goldene Halskette anziehen. Goldene Nasenstecker anziehen. Goldene Ohrstecker anziehen. Goldring. Rechter Mittelfinger. Goldring mit Diamant. Linken Ringfinger. Goldring mit Rubin. Linker Ringfinger. Lange Goldhalskette anziehen. Lange Silberkette. Packt er irgendwas? Ah ja, die Goldhalskette hat er wieder abgelegt. Goldring mit Rubin. Linker Mittelfinger. Und wir haben hier noch in den Jewelie Boxen haben wir noch Sachen. Rubin Ohrringe. Okay. Das lassen wir mal da drin. Das spart Platz. Goldring mit Diamant. Genau. Am rechten Ringfinger. Welche ist die Schatzkiste? Die unterste. Achso, muss ich nehmen. Okay, nehme ich. Nehme ich. Und unterste ist die Schatzkiste. Ja, tun wir in die Schatzkiste. Okay, super. Dann packen wir jetzt noch die Oh, wieder nicht? Okay. Dann bin ich jetzt wieder habe ich mich angezogen anständig Ich baue noch ein paar gute Klamotten Ich kann mir oben noch ein paar schöne Sachen anziehen Ich weiß halt nicht wirklich Ich will nicht die Munition da vergessen auf dem Boden und dann irgendwann nach Ewigkeiten denken so, oh mein Gott, ich habe ja noch Munition Genau, die packe ich hier rein in die Gewehrkiste die eigentlich keine Gewehrkiste mehr ist Also ich ziehe mir noch mal was Anständiges an aber Ja, ich muss leveln Ich muss unbedingt leveln Ja Also Ich werfe ein bisschen Nintendo direkt gleich einmal durchskippen Mal gucken, was die so gemacht haben Ja, wir haben Klamotten haben wir Aber das bringt sie nicht zurück Na ja, stimmt Oh, ihr Kleiderschrank Ja, das ist hart dann ihren Kleiderschrank noch mal zu sehen Tja, den brauchst du jetzt nicht mehr, ne? Das ist echt übel Ich meine, so lange hat sie ja gar nicht gelebt 13 Tage Wie, aber wir haben schon lange mit ihr gespielt, ne? Eigentlich die ganze Zeit Haben wir Sie war doch vom ersten Tag, oder? War doch an dem Tag, als wir so oft gestorben sind und dann war sie die, die überlebt hat Ja, nee, das ist... Ich hab jetzt auch nicht so Das war hart Das hat mich hart getroffen Das hat mich hart getroffen Ich muss noch Sachen wegpacken Das hat mich schon hart getroffen, ja Dafür spiele ich das Spiel noch nicht lang genug Dass ich so sage, scheiß drauf Ja, ich mach dann hier so sein So einen Kleiderschrank, ne? Ihren Kleiderschrank kann ich noch nicht anfassen Was soll ich wissen? Sie hat die Sache, die Meister hat sie auch noch nicht mal getragen Weißt du, wie sie sich gefreut hat Heute, als sie Strumpfhosen gefunden hat und dachte, endlich hat sie ein paar anständige Strumpfhosen dass sie sich mal hübsch machen kann irgendwann Einfach mal rausgehen kann Und sich wieder wie ein Mensch fühlen Aber ja Das Thema hat sich erledigt Das gehört hier nicht hin Tja, noch ihr Make-up Warte mal, das kommt hier Ah, genau, dann kommen die Sachen Die Schutzbrille kommt Warte mal, wo kommt die hin? Nach unten Die Schutzbrille kommt nach unten Wie viel ist hier drin? 30 von 40 Hier ist 6,25 Ja, hier sind so Hier ist so Naja Wer ist noch hier Make-up? Tragisch Das ist echt tragisch Ja, heute war aber auch nicht so ein Tag Das passt doch zum Tag Das passt zum Tag Kann ich nur Sagen, wie es ist Genauso Genauso war mein Tag heute Genauso soll er anscheinend auch enden Noch zwei Kisten, ey Was soll das Hol das da alles raus? Warum sind das Schachtel mit Nägeln und Schachtel mit Schrauben? Kleber ist da auch drinne Das weg Nimm das Das ist auch leer Was ist in der drinne? Noch mal so ein Scheiß Ey, Müll So, klassisch Plane Schrauben Zirn, Zirn, Kasten Flasche Tu das mal weg Das nimmst du alles So, das sortieren wir jetzt noch weg Stellen die beiden Kisten auf Und dann Schauen wir mal Schauen wir mal Was Nintendo uns schönes schenken wird Dieses Jahr noch Was soll ich sagen? Ey, was soll ich sagen? Bleibt mir nichts zu sagen Ich muss dann platzieren Ich stelle es dahin Und das stelle es dahin Ich muss dann platzieren Was ist Staff? Das Staff kommt hier hin Oh Mann, ey Schachtel mit Ne, schachtel mit Schrauben Tu das da rein, bitte Es kommt alles noch nach oben Könnte noch die Gewehre umsortieren Aber so ehrlich gesagt Nee Nee, nee Das muss nicht sein Muss auch nicht mehr sein Jetzt putzen wir die Staubmaske Da rein Kleberbindfaltenkleber Da rein Ich hebe die Gewehre auf, ey Ja, ich hebe die Gewehre ab Gelb ist also Schrot, okay. Ich hab neun Schrotflinken, wir brauchen neun Schrotflinken, Alter. Totaler Schwachsinn, ey. Naja, ich hab neun Schrotflinken. Ach, eine Le... Hä? Eine ist jetzt leer. Eine ist komplett leer. Ja, dann haben wir so Kram. So, da geht nichts mehr rein. Genau, in eine machen wir Magazine. Und in die andere machen wir die Munition. Und dann haben wir noch eine für Munition. Munitionsbandpatronen, versteh ich nicht. Aber was ist denn, was ist denn für eine Munition? Oder ist das... Ist das nur... Das ist Kleidung, ne? Das ist nicht... Da sind keine... Da sind keine... Da ist keine Munition drin, ne? Na ja, ich probier das. Ich zieh das mal an und guck mal, was da passiert. Stimmt, ich brauch ja auch... Anziehen. Vorne tragen. Anziehen. Hinten tragen. Ich hätte gerne einen Campingrucksack, aber ich hab keinen. Reisetasche... In den Rückentrag. Und... Machen wir raus. So. Nehmen. Ach man, ey. Das ist schon schade, ja. Oh, genau gepasst. Na, praktisch. Die Flaschen auch, dass wir es nicht vergessen. Trinken. Ach ja. Das ist schon schade. Was soll ich dazu sagen? Es ist gelangweilt und weinerlich und ein bisschen hungrig. Ja, nerv mich nicht, Digga. Weinerlich sind wir heute alle. Wo liegt sie? Hier, gar nicht so weit weg. Da, ziemlich genau da liegt sie, dem Quadrat. Ja, Leute. Dann mach hier den Sack mal zu, ey. Das ist schon heftig, ey. Jetzt zieh ich mal hin. Das haben wir heute echt nicht gebraucht, dass sie stirbt. Ich kann nämlich gucken, ob man... Ich will, Leute, YouTube. Nintendo. Sehr gut. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Droh ich nicht, warum. Sag mal, Leute. Ist es das? Komm, wir gucken uns auf deutsch. Ich wollte eigentlich auf deutsch gucken, aber... Dann ist es so. So machen. Hört genug? Ja, gar nichts. Seht ihr was? Nee, ne? Play machen hilft. Ach, mach keinen Quatsch. Das... Nee. Nee, nee, nee. Kein Add-on zu dem schlechtesten Spiel aller Zeiten. Wie dreist ist denn das? Ihr wollt noch mehr Geld rausquetschen? Okay, komm. It's a supersonic squad of superstars. Sonic and friends are spin-dashing into a brand new 2D side-scrolling game, Sonic Superstars. Twelve brand new zones await. Speed through beautiful worlds as Sonic. Take to the sky as Tails. Scale walls and glide as Knuckles. Or swing a powerful hammer as Amy Rose. Die sind gerade gestorben bei... Wie sie... Auch noch richtig übel gestorben. Wie immer. Das hat mir den Rest gegeben heute. Aber ich hab dann gleich einen neuen Charakter gemacht. Damit das, wenn der... Das nächste Mal, wenn der stirbt, was ja passieren wird, damit das nicht so... Nicht so einen Impact hat. Wirst du... Musst mal reingucken, die Tage, wenn ich spiele. Ach, heute war, glaub ich, der letzte Stream, ne? Hab ich gar nicht gesagt. Theoretisch war heute der letzte Stream, bevor ich weg bin. Ich muss mal gucken. Wie gesagt, es sind ein paar Sachen passiert. Aber vielleicht sehen wir uns erst Anfang Juli wieder. Am zweiten, dritten, vierten. Hab ich gar nicht kommuniziert heute. Aber ja, wie gesagt, der Tag heute war auch ein bisschen heftig. Wahrscheinlich ist Querd auch schon wieder weg und hört gar nicht zu. Würde mich nicht wundern, würde mich nicht wundern. Bist du noch da, Yuppie? Spielst du noch Schach mit Chibi oder alleine? Nein, ich denke nicht, dass wir das spielen. The Phantom Thieves return in this tactical spin-off of Persona 5. Also Sonic war bis jetzt schon mal geil. Myth Force. Ja. Also wenn ich morgen nicht online komme, dann sehen wir uns... Also ich muss mal gucken, wie gesagt, eigentlich bin ich weg ab morgen. Muss mal gucken, ob das klappt. Aber dann bin ich so 10, 10, 11 Tage weg. Vielleicht komme ich morgen nochmal ganz kurz online. Muss mal gucken. Wie gesagt, es sind ein paar Sachen passiert, die so nicht geplant waren. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das alles funktioniert die nächsten Tage. Ansonsten schreibe ich hier, ich schreibe nochmal was in Discord. Nicht mehr in Hamburg eine Weile. Ich poste dann gegebenenfalls ein paar Fotos auf Discord. Das ist ein paar Fotos auf Discord. Aber könnte sein, dass ich morgen nochmal für einen ganz kurzen Stream reinkomme und... Danach noch Tschau sagen. Okay, das Spiel eben sah ganz geil aus. Das war natürlich wieder nur kurz. Das sieht geil aus. Ist das In-Game-Grafik? Ja. Bisschen witzig. Also wir wollen, wir wollen wahrscheinlich zur Ostsee halt hoch. Aber mal gucken. Ist sowieso gerade alles. Wetter ist zusammengebrochen. Heute ist so ein bisschen alles zusammengebrochen, was gestern noch gut aussah. Ja, Wetter sieht immer noch scheiße aus. Weil fast die... Soll jetzt fast eine ganze Woche durchgehend regnen. Hier im Norden. Unglaublich, ey. Passt die ganze Woche lang regnen. Okay, das Spiel sah auch geiler. Sonic und Mythforce ist geil. Äh, die ganze? Oh, ja. Eine leere Welt. Ich sehe schon Pokémon. Ja, ja. Ich meine, es ist das... Erfolgreichste Franchise der Welt. Mit großem Abstand das erfolgreichste Franchise. Die machen Milliarden jedes Jahr. Und seit einer Weile machen sie die... die aller, aller schlechtesten Computerspiele dazu. Das ist unglaublich. Und es ist überhaupt... diese Frechheit besitzen, das zu machen. Ich meine, man sieht, man sieht ja auch direkt, wie schlecht es ist. Der Culprat ist klar, ist es nicht? Ein Boot der Frechheit. Der Name ist Pikachu. Und ich bin, was du mal nennen kannst. Ein großer Detektor. Alle, die älter als neun Jahre sind. Ich bin sicher, dass jemand mir etwas Kaffee bringen würde. Unglaublich, ey. Das sieht die Frechheit besitzen, ey. Super Mario RPG? Okay. Will ich nicht noch mehr drüber. Remake! Ich weiß ja nicht. Ich kenne halt die Speedruns von dem Game. Und... Ich glaube, es war nicht eins von... Es war, glaube ich, nicht eins von dem beliebten Mario. Es ist kein Remake. Okay. Das ist ein Neues. Aber es war nicht eins der beliebten Spiele von Mario. Defensiv nicht. Ich weiß ja nicht, Leute. Sehr langer Trailer. Sehr langer Trailer. Ich bin mir nicht so sicher. Okay. Luigi's Mansion. Ich muss mal so durchscrollen, Leute. Es geht noch eine ganze Weile. Die ballern einiges raus. Ach, nein, ey. Gibt's doch nicht. Ja, Streckenpass. Neues Amiibo oder was? Ja, und dann ballern sie mal einiges raus. Das ist der Teaser für das Ende. Und Arkham City Trilogie für die Switch. Das ist der Teaser für das Ende. Ja, die war halt Geld machen, ne? Play your cards right, Mercenary. Your tactical prowess is all that stands between riches and... Nope. A silent hope lies in a world where warriors will rise. Nein. Nein. Your space to improve your stats for the day ahead. And enchant your friends locally or online in four-player-coop. Faith Farm launches as a console exclusive on Nintendo Switch September 8. Oh. Get your chassis looking classy in manic mechanics. Das sieht gut aus. Grab a part, fix it up and toss it over. Hm. Repair vehicles quickly to earn points in solo play or play it to love. Wenn das jetzt 5, 5 Euro oder so kostet, dann... Dann bin ich drin. Mario Rabbids neuer Teil. Oh Mann, ey. Was ist das Mario und Rabbids? Ne, Dragon Quest. Ach, Mario und Rabbids haben sie nur ein ganz kurzer Teil gemacht. Oh Mann, ich weiß nicht. Die ist sie. Pikmin 4. Pikmin habe ich irgendwie nie. Das war nie so meins. Wenn es sieht nicht schlecht aus. Und Pikmin Remake. Reddly Solid Remake. Es ist Zeit, um zu leben. Steal dich selbst. Vampire Survivors kommen zu Nintendo Switch. Hast du, was es braucht, um eine 30-minütige Onslaut von Monstern zu leben? Stay moved, um zu vermeiden, um die Fehlern zu verhindern. Und attack automatisch mit deinem Wehren. Ich stehe davon aus, dass es mehr kostet. Europäische Final in Fight for Germany. Hm. Mario Kart, ach, mehr Strecken. Ach, Leute. Mario Kart Double Dash. Peti Piranha. From Mario Kart 7, Wiggler. And from Mario Kart Tour, Kamek. Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass zooms onto Nintendo Switch this summer. This DLC can be purchased on its own. Is it fate or mere coincidence? Soon after, the two get entangled in a sinister plot within the galaxy. In this... Concontrollers. Then, action. Move your body to take on a flurry of lightning fast microgames. What you do and how you move depends on the microgame. React quickly with the right... Time to move it. Hä? Achso, WarioWare. Das sieht gut aus. Get ready for more microgame mayhem in the latest WarioWare game. Hä, geil. Hold two Joy-Con controllers. Then, action. Move your body to take on a flurry of lightning fast microgames. Aber alleine oder auch mit mehreren? Na gut, man hat immer nur zwei Joy-Cons, ne? Also, du kaufst ja extra welche. Ah ja, okay. Ja, nice. Ja, geil. Das ist geil. Wenn die es nicht übertreiben mit dem Geld, dann... So. Onward and Upward. Juppie, hast du eine Idee, wo ihr hinwollt? Ja. Boah, Schlag für eine Raid. Ja, das Spiel sieht gut aus. Bisschen chaotisch vielleicht. Die Musik jetzt gerade ist nicht unbedingt der Shit, aber in-game ist sie meistens gut. Sieht ein bisschen überdreht aus, ne? Ja, Yuppie, wenn du nicht da bist, guck ich mal wegen dem Raid. Yuppie, du bist auch nicht mehr da, ne? Dann schau ich mal, ob noch irgendwer in der Liste spielt. Yuppie, du bist auch nicht mehr da, ne? Du bist auch nicht mehr da, ne? Ja, wie sie spielen. Spielen echt wenig Leute. Oh, wir haben sogar welche. Na ja, einer bin ich. Das ist ein bisschen witzig. Noch mal rein. Das kenne ich nicht. Sogar zwei PC-Spieler gerade. Das kenne ich nicht mehr. das ist ein elektronisches ob der baumeister ist am start wo ich überhaupt kein schluss naja falls keiner von euch auftaucht ich weiß nicht wo ich euch hinschicken soll ich schicke euch sonst einfach zu den beiden pc spieler hier würde ich mal sagen die uhr fünf stunden wünsche euch allen eine gute nacht ich glaube ich werde meinen gips mal ausladen darauf kacken oder ich guck mal eigentlich müssen wir alles daraus mitnehmen ok leute weil es das eins gegen eins habe ich damals erst mal erst mal bis dahin ich habe es nicht mehr aus äh so